Kapitel 1 von Die Königsbraut Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die Königsbraut von E.T.A. Hoffmann Ein nach der Natur entworfenes Märchen Erstes Kapitel, in dem von verschiedenen Personen und ihren Verhältnissen Nachricht gegeben und alles Erstaunliche und höchst Wunderbare, dass die folgenden Kapitel enthalten sollen, vorbereitet wird auf angenehme Weise. Es war ein gesegnetes Jahr. Auf den Feldern grünte und blühte gar herrlich Korn und Weizen und Gerste und Hafer. Die Bauernjungen gingen in die Schoten und das Liebevieh in den Klee. Die Bäume hingen so voller Kirschen, dass das ganze Heer der Sperlinge, trotz dem besten Willen, alles kahl zu picken, die Hälfte übrig lassen musste zu sonstiger Verspeisung. Alle schmausten sich satt tagtäglich an der großen, offenen Gasttafel der Natur. Vor allen Dingen stand aber in dem Küchengarten des Herrn Dapsul von Zabeltau, das Gemüse so über die Maßen schön, dass es kein Wunder zu nennen, wenn Fräulein Ennchen vor Freude darüber ganz außer sich geriet. Nötig scheint es gleich zu sagen, wer beide waren, Herr Dapsul von Zabeltau und Fräulein Ennchen. Es ist möglich, dass du, geliebter Leser, auf irgendeiner Reise begriffen, einmal in den schönen Grund kamst, den der freundliche Main durchströmt. Laue Morgenwinde hauchen ihren duftigen Atem hin über die Flur, die in dem Goldglanz schimmert der emporsteigenden Sonne. Du vermagst es nicht auszuharren in dem engen Wagen, du steigst aus und wandelst durch das Wellchen, hinter dem du erst, als du hinabfuhrst in das Tal, ein kleines Dorf erblicktest. Plötzlich kommt dir aber in diesem Wellchen ein langer, hagerer Mann entgegen, dessen seltsamer Aufzug dich festband. Er trägt einen kleinen grauen Filzhut, aufgestülpt auf eine pechschwarze Perücke, eine durchaus graue Kleidung, Rock, Weste und Hose, graue Strümpfe und Schuhe, ja selbst der hohe Stock ist grau lackiert. So kommt der Mann mit weit ausgespreizten Schritten auf dich los, indem er dich mit großen, tiefliegenden Augen anstarrt, scheint er dich doch gar nicht zu bemerken. »Guten Morgen, mein Herr!«, rufst du ihm entgegen, als er dich beinahe umrennt. Da fährt er zusammen, als würde er plötzlich geweckt aus tiefem Traum, rückt dann sein Mützchen und spricht mit hohler, weinerlicher Stimme, »Guten Morgen!« »O, mein Herr, wie froh können wir sein, daß wir einen guten Morgen haben, die armen Bewohner von Santa Cruz, soeben zwei Erdstöße, und nun gießt der Regen in Strömen herab.« »Du weißt, geliebter Leser, nicht recht, was du dem seltsamen Manne antworten sollst, aber indem du darüber sinnest, hat er schon mit einem »Mit Verlaub, mein Herr!« deine Stirn sanft berührt und in deinen Handteller geguckt. »Der Himmel segne sie, mein Herr, sie haben eine gute Konstellation«, spricht er nun ebenso hohl und weinerlich als zuvor und schreitet weiter fort. »Dieser absonderliche Mann war eben niemand anders als der Herr Dapsul von Zabeltau, dessen einziges ererbtes, erbärmliches Besitztum das kleine Dorf Dapsulheim ist, das in der anmutigsten, lachendsten Gegend vor dir liegt und in das du soeben eintrittst. Du willst frühstücken, aber in der Schenke sieht es traurig aus. In der Kirchweih ist aller Vorrat aufgezehrt, und da du dich nicht mit bloßer Milch begnügen willst, so weiset man dich nach dem Herrenhaus, wo das gnädige Fräulein Anna dir gastfreundlich darbieten werde, was eben vorrätig. Du nimmst keinen Anstand, dich dorthin zu begeben. Von diesem Herrenhause ist nun eben nichts mehr zu sagen, als dass es wirklich bloß Fenstern und Türen hat, wie weiland das Schloss des Herrn Baron von Tonda-Tonk-Tonk in Westfalen. Doch prangt über der Haustür das mit neuseeländischer Kunst in Holz geschnittene Wappen der Familie von Zabeltau. Ein seltsames Ansehen gewinnt aber dieses Haus dadurch, dass seine Nordseite sich an die Ringmauer einer alten verfallenen Burg lehnt, dass die Hintertüre die ehemalige Burgpforte ist, durch die man unmittelbar in den Burghof tritt, in dessen Mitte der hohe, runde Wachturm noch ganz unversehrt dasteht. Aus jener Haustür mit dem Familienwappen tritt dir ein junges, rotwangigtes Mädchen entgegen, die mit ihren klaren, blauen Augen und blondem Haar ganz hübsch zu nennen und deren Bau vielleicht nur ein wenig zu rundlich derb geraten. Die Freundlichkeit selbst nötigt sie dich ins Haus und bald, so wie sie nur dein Bedürfnis merkt, bewirtet sie dich mit der trefflichsten Milch, einem tüchtigen Butterbrot und dann mit rohem Schinken, der dir in Bayonne bereitet scheint, und einem Gläschen aus Runkelrüben gezogenen Brandweins. Dabei spricht das Mädchen, die nun eben keine andere ist als das Fräulein Anna von Zabeltau, ganz munter und frei von allem, was die Landwirtschaft betrifft, und zeigt dabei gar keine unebene Kenntnis. Doch plötzlich erschallt, wie aus den Lüften, eine starke, fürchterliche Stimme. Anna! 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 Du erschrickst, aber Fräulein Anna spricht ganz freundlich, Papa ist zurückgekommen von seinem Spaziergange und ruft aus seiner Studierstube nach dem Frühstück. Ruft? Aus seiner Studierstube? Fragst du erstaunt. Ja, erwidert Fräulein Anna, oder Fräulein Ennchen, wie sie die Leute nennen. Ja, Papas Studierstube ist dort oben auf dem Turm, und er ruft durch das Rohr. Und du siehst, geliebter Leser, wie nun Ennchen des Turmes enge Pforte öffnet und mit demselben Gabelfrühstück, wie du es soeben genossen, nämlich mit einer tüchtigen Portion Schinken und Brot, nebst dem Runkelrübengeist, hinaufspringt. Ebenso schnell ist sie aber wieder bei dir, und dich durch den schönen Küchengarten geleitend, spricht sie so viel von bunter Blümage, Raputinka, englischem Turnips, kleinem Grünkopf, Montru, großem Mogul, gelbem Prinzesskopf und so fort, dass du in das größte Erstaunen geraten musst, zumal, wenn du nicht weißt, das mit jenen vornehmen Namen nichts anderes gemeint ist als Kohl und Salat. Ich meine, dass der kurze Besuch den du geliebter Leser in Dapsulheim abgestattet hinreichen wird, dich die Verhältnisse des Hauses, von dem allerlei seltsames, kaum glaubliches Zeug ich dir zu erzählen im Begriffe stehe, ganz erraten zu lassen. Der Herr Dapsul von Zabeltau war in seiner Jugend nicht viel aus dem Schlosser seiner Eltern gekommen, die ansehnliche Güter besaßen. Sein Hofmeister, ein alter, wunderlicher Mann, näherte, nächst dem, dass er ihn in fremden, vorzüglich orientalischen Sprachen unterrichtete, seinen Hang zur Mystik, oder vielmehr besser gesagt zur Geheimniskrämerei. Der Hofmeister starb und hinterließ dem jungen Dapsul eine ganze Bibliothek der geheimen Wissenschaften, in die er sich vertiefte. Die Eltern starben auch, und nun begab sich der junge Dapsul auf weite Reisen, und zwar, wie es der Hofmeister ihm in die Seele gelegt, nach Ägypten und Indien. Als er endlich nach vielen Jahren zurückgekehrt, hatte ein Vetter unterdessen sein Vermögen mit so großem Eifer verwaltet, dass ihm nichts übrig geblieben als das kleine Dörfchen Dapsulheim. Herr Dapsul von Zabeltau strebte nun zu sehr nach dem sonnengeborgenen Golde einer höheren Welt, als dass er sich hätte aus irdischem viel machen sollen. Er dankte vielmehr dem Vetter mit gerühtem Herzen dafür, dass er ihm das freundliche Dapsulheim erhalten, mit dem schönen hohen Wartturm, der zu astrologischen Operationen erbaut schien und in dessen höchster Höhe Herr Dapsul von Zabeltau auch sofort sein Studierzimmer einrichten ließ. Der sorgsame Vetter bewies nun auch, dass Herr Dapsul von Zabeltau heiraten müsse. Dapsul sah die Notwendigkeit ein und heiratete sofort das Fräulein, das der Vetter für ihn erwählt. Die Frau kam ebenso schnell ins Haus, als sie es wieder verließ. Sie starb, nachdem sie ihm eine Tochter geboren. Der Vetter besorgte Hochzeit, Taufe und Begräbnis, so dass Dapsul auf seinem Turm von alledem nicht sonderlich viel merkte, zumal die Zeit über gerade ein sehr merkwürdiger Schwanzstern am Himmel stand, in dessen Konstellation sich der melancholische, immer unheilahnende Dapsul verflochten glaubte. Das Töchterlein entwickelte unter der Zucht einer alten Großtante, zu deren großen Freude einen entschiedenen Hang zur Landwirtschaft. Fräulein Ennchen musste, wie man zu sagen pflegt, von der Pike an dienen, erst als Gänsemädchen, dann als Magd, Großmagd, Haushälterin, bis zur Hauswirtin herauf, so dass die Theorie erläutert und festgestellt wurde durch eine wohltätige Praxis. Sie liebte Gänse, Enten und Hühner und Taubenvieh, Rindvieh und Schafe ganz ungemein. Ja, selbst die zarte Zucht wohlgestalteter Schweinlein war ihr keineswegs gleichgültig, wiewohl sie nicht, wie einmal ein Fräulein in irgendeinem Lande, ein kleines weißes Ferkelchen mit Band und Schelle versehen und erkiest hatte zum Schoßtierchen. Über alles und auch weit über den Obstbau ging ihr aber der Gemüsegarten. Durch der Großtante landwirtschaftliche Gelehrsamkeit hatte Fräulein Ennchen, wie der geneigte Leser in dem Gespräch mit ihr bemerkt haben wird, in der Tat ganz hübsche theoretische Kenntnisse vom Gemüsebau erhalten. Beim Umgraben des Ackers, beim Einstreuen des Samens, Einlegen der Pflanzen stand Fräulein Ennchen nicht allein der ganzen Arbeit vor, sondern leistete auch selbst tätige Hilfe. Fräulein Ennchen führte einen tüchtigen Spaten, das musste ihr der hämische Neid lassen. Während nun Herr Dapsul von Zabeltau sich in seine astrologischen Beobachtungen und andere mystische Dinge vertiefte, führte Fräulein Ennchen, da die alte Großtante gestorben, die Wirtschaft auf das Beste, sodass, wenn Dapsul dem Himmlischen nachtrachtete, Ennchen mit Fleiß und Geschick das Irdische besorgte. Wie gesagt, kein Wunder war es zu nennen, wenn Ennchen vor Freude über den diesjährigen, ganz vorzüglichen Flor des Küchengartens beinahe außer sich geriet. An üppiger Fülle des Wachstums übertraf aber alles andere ein Moorrübenfeld, das eine ganz ungewöhnliche Ausbeute versprach. Ei, meine schönen, lieben Moorrüben, so rief Fräulein Ennchen einmal über das andere, klatschte in die Hände, sprang, tanzte umher, gebärdete sich wie ein zum heiligen Christreich beschenktes Kind. Es war auch wirklich, als wenn die Möhrenkinder sich in der Erde über Ennchens Lust mitfreuten, denn das feine Gelächter, das sich vernehmen ließ, stieg offenbar aus dem Acker empor. Ennchen achtete nicht sonderlich darauf, sondern sprang dem Knecht entgegen, der, einen Brief hochhaltend ihr zurief, an sie, Fräulein Ennchen, Gottlieb hat ihn mitgebracht aus der Stadt. Ennchen erkannte gleich an der Aufschrift, dass der Brief von niemanden anders war, als von dem jungen Herrn Amandus von Nebelstern, dem einzigen Sohn eines benachbarten Gutsbesitzers, der sich auf der Universität befand. Amandus hatte sich, als er noch auf dem Dorfe des Vaters hauste und täglich hinüberlief nach Dapsulheim, überzeugt, dass er in seinem ganzen Leben keine andere lieben könne als Fräulein Ennchen. Ebenso wusste Fräulein Ennchen ganz genau, dass es ihr ganz unmöglich sein werde, jemals einem anderen als dem braunlockigten Amandus auch nur was weniges gut zu sein. Beide, Ennchen und Amandus, waren daher übereingekommen, sich je eher desto lieber zu heiraten und das glücklichste Ehepaar zu werden auf der ganzen weiten Welt. Amandus war sonst ein heiterer, unbefangener Jüngling. Auf der Universität geriet er aber Gott weiß wem in die Hände, der ihm nicht nur einbildete, er sei ein ungeheures poetisches Genie, sondern ihn auch verleitete, sich auf die Überschwänglichkeit zu legen. Das gelang ihm auch so gut, dass er sich in kurzer Zeit hinweg geschwungen hatte, über alles, was schnöde prosaiker Verstand und Vernunft nennen und noch dazu irrigerweise behaupten, dass beides mit der regsten Fantasie sehr wohl bestehen könne. Also von dem jungen Herrn Amandus von Nebelstern war der Brief, den Fräulein Ennchen voller Freude öffnete und also las. Himmlische Maid Siehst du, empfindest du, ahnest du deinen Amandus, wie er, selbst Blumen und Blüte vom Orangenblütenhauch des duftigen Abends umflossen, im Grase auf dem Rücken liegt und hinaufschaut mit Augen voll frommer Liebe und sehnender Andacht. Thymian und Lavendel, Rosen und Nelken, wie auch gelbäugigte Narzissen und schamhafte Feilchen fliegt er zum Kranz. Und die Blumen sind Liebesgedanken, Gedanken an dich, o Anna. Doch ziemt begeisterten Lippen die nüchtere Prose, hör, o höre, wie ich nur so nettisch zu lieben, von meiner Liebe zu sprechen vermag. Flammt Liebe auf in tausend durstgen Sonnen, buhlt Lust um Lust im Herzen ach so gerne, hinab aus dunklem Himmel Strahlen Sterne und spiegeln sich im Liebestränen Bronnen. Entzücken, ach, zermalmen starke Wonnen, die süße Frucht entsprossen bittrem Kerne und Sehnsucht winkt aus violetter Ferne, in Liebesschmerz mein Wesen ist zerronnen, in Feuerwellen tost die stürmsche Brandung, dem kühnen Schwimmer will es keck gemuten, im jähen mächtgen Sturz hinab zu purzeln, es blüht die Hyazinth der nahen Labung, das treue Herz keimt auf, will es verbluten, und Herzensblut ist selbst die schönst der Wurzeln. Möchte, o Anna, dich, wenn du dieses Sonnett aller Sonnette liest, all das himmlische Entzücken durchströmen, in das mein ganzes Wesen sich auflöste, als ich es niederschrieb und es nachher mit göttlicher Begeisterung vorlas, gleichgesinnten, des Lebens höchstes ahnenden Gemütern. Denke, o denke, süßeste Maid, an deinen getreuen, höchst entzückten Amandus von Nebelstern. Nachschrift Vergiss nicht, o hohe Jungfrau, wenn du mir antwortest, einige Pfund von dem virginischen Tabak beizupacken, den du selbst ziehst. Er brennt gut und schmeckt besser als der Porto Rico, den hier die Burschen dampfen, wenn sie Kneipen gehen. Fräulein Ennchen drückte den Brief an die Lippen und sprach dann, ach, wie lieb, wie schön, und die allerliebsten Verschen, alles so hübsch gereimt, ach, wenn ich nur so klug wäre, alles zu verstehen, aber das kann wohl nur ein Student. Was das nur zu bedeuten haben mag mit den Wurzeln, ach, gewiss meint er die langen roten englischen Karotten oder am Ende gar die Rapuntika, der liebe Mensch. Noch denselben Tag ließ es sich voll ein Ennchen angelegen sein, den Tabak einzupacken und dem Schulmeister zwölf der schönsten Gänsefedern einzuhändigen, damit er sie sorglich schneide. Fräulein Ennchen wollte sich noch heute hinsetzen, um die Antwort auf den köstlichen Brief zu beginnen. Übrigens lachte es dem Fräulein Ennchen, als sie aus dem Küchengarten lief, wieder sehr vernehmlich nach, und wäre Ennchen nur was weniges achtsam gewesen, sie hätte durchaus das feine Stimmchen hören müssen, welches rief, zieh mich heraus, zieh mich heraus, ich bin reif, 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 aber wie gesagt, sie achtete nicht darauf. Ende von Kapitel Eins Gelesen von Hukuspokus Kapitel zwei von Die Königsbraut von E.T.A. Hoffmann Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Zweites Kapitel, welches das erste wunderbare Ereignis und andere lesenswerte Dinge enthält, ohne die das versprochene Märchen nicht bestehen kann. Der Herr Dapsul von Zabeltau stieg gewöhnlich mittags hinab von seinem astronomischen Turm, um mit der Tochter ein frugales Mal einzunehmen, das sehr kurz zu dauern und wobei es sehr still herzugehen pflegte, da Dapsul das Sprechen gar nicht liebte. Enchen fiel ihm auch gar nicht mit vielem Reden beschwerlich, und das um so weniger, da sie wohl wußte, dass, kam der Papa wirklich zum Sprechen, er allerlei seltsames, unverständliches Zeug vorbrachte, wovon ihr der Kopf schwindelte. Heute war ihr ganzer Sinn aber so aufgeregt durch den Flur des Küchengartens und durch den Brief des geliebten Amandus, dass sie von beiden durcheinander sprach, ohne aufzuhören. Messer und Gabel ließ endlich Herr Dapsul von Zabeltau fallen, hielt sich beide Ohren zu und rief, O des leeren Wüsten verwirrten Geschwätzes. Als nun aber Fräulein Entchen ganz erschrocken schwieg, sprach er mit dem gedehnten weinerlichen Tone der ihm Eigen, Was das Gemüse betrifft, meine liebe Tochter, so weiß ich längst, dass die diesjährige Zusammenwirkung der Gestirne solchen Früchten besonders günstig ist, und der irdische Mensch wird Kohl und Radiese und Kopfsalat genießen, damit der Erdstoff sich mehre, und er das Feuer des Weltgeistes aushalte wie ein gut gekneteter Topf. Das gnomische Prinzip wird widerstehen dem ankämpfenden Salamander, und ich freue mich darauf, Pastinac zu essen, den du vorzüglich bereitest. Anlangend den jungen Herrn Amandus von Nebelstern, so habe ich nicht das Mindeste dagegen, dass du ihn heiratest, sobald er von der Universität zurückgekehrt. Lass es mir nur durch Gottlieb hinaufsagen, wenn du zur Trauung gehst mit deinem Bräutigam, damit ich euch begleite nach der Kirche. Herr Dapsul schwieg einige Augenblicke und fuhr dann, ohne Entchen, deren Gesicht vor Freude glühte, über und über anzublicken, lächelnd und mit der Gabel an ein Glas schlagend beides pflegte er stets zu verbinden, es kam aber gar selten vor, also fort, dein Amandus ist einer, der da soll und muss, ich meine ein Gerundium, und ich will es dir nur gestehen, mein liebes Entchen, dass ich diesem Gerundium schon sehr früh das Horoskop gestellt habe. Die Konstellationen sind sonst alle ziemlich günstig. Er hat den Jupiter im aufsteigenden Knoten, den die Venus im Gesechsschein ansieht. Nur schneidet die Bahn des Sirius durch, und gerade auf dem Durchschneidepunkt steht eine große Gefahr, aus der er seine Braut rettet. Die Gefahr selbst ist unergründlich, da ein fremdartiges Wesen dazwischentritt, das jeder astrologischen Wissenschaft trotz zu bieten scheint. Gewiss ist es übrigens, dass nur der absonderliche psychische Zustand, den die Menschen Nachrittei oder Verrücktheit zu nennen pflegen, dem Amandus jene Rettung möglich machen wird. Oh meine Tochter, hier fiel Herr Dapsul wieder in seinen gewöhnlichen weinerlichen Ton, Oh meine Tochter, dass doch keine unheimliche Macht, die sich hämisch verbirgt vor meinen Seher Augen, dir plötzlich in den Weg treten, dass der junge Herr Amandus von Nebelstern doch nicht nötig haben möge, dich aus einer anderen Gefahr zu retten, als aus der eine alte Jungfer zu werden. Herr Dapsul seufzte einige Male hintereinander tief auf, dann fuhr er fort, plötzlich bricht aber nach dieser Gefahr die Bahn des Sirius ab, und Venus und Jupiter, sonst getrennt, treten versöhnt wieder zusammen. So viel als heute sprach der Herr Dapsul von Zabeltau schon seit Jahren nicht. Ganz erschöpft stand er auf und bestieg wieder seinen Turm. Entchen wurde anderen Tages ganz früh mit der Antwort an den Herrn von Nebelstern fertig. Sie lautete so Mein Herz lieber Armandus, du glaubst gar nicht, was dein Brief mir wieder Freude gemacht hat. Ich habe dem Papa davon gesagt und er hat mir versprochen, uns in die Kirche zur Trauung zu geleiten. Mache nur, dass du bald zurückkehrst von der Universität. Ach, wenn ich nur deine allerliebsten Verschen, die sich so hübsch reimen, ganz verstünde, wenn ich sie mir selbst laut vorlese, dann klingt mir alles so wunderbar und ich glaube dabei, dass ich alles verstehe und dann ist alles wieder aus und verstoben und verflogen und mich dünkt's als hätte ich bloß Worte gelesen, die gar nicht zusammengehören. Der Schulmeister meint, das müsse so sein, das sei eben die neue vornehme Sprache, aber ich, ach, ich bin ein dummes einfältiges Ding, schreibe mir doch, ob ich nicht vielleicht Student werden kann auf einige Zeit, ohne meine Wirtschaft zu vernachlässigen, das wird wohl nicht gehen, nun, sind wir nun erst Mann und Frau, da kriege ich wohl was ab von deiner Gelehrsamkeit und von der neuen vornehmen Sprache. Den virginischen Tabak schicke ich dir, mein herziges Armandchen, ich habe meine Hutschachtel ganz voll gestopft, so viel hineingehen wollte, und den neuen Strohhut derweilen Karl dem Großen aufgesetzt, der in unserer Gaststube steht, wie wohl ohne Füße, denn es ist, wie du weißt, nur ein Brustbild. Lache mich nicht aus, Armandchen, ich habe auch Verschen gemacht, und sie reimen sich gut, schreib mir doch, wie das kommt, dass man so gut weiß, was sich reimt, ohne gelehrt zu sein, nun höre einmal, ich lieb dich, bist du mir auch ferne, und wäre recht gerne bald deine Frau, der heitere Himmel ist ganz blau, und abends sind golden alle Sterne, drum musst du mich stets lieben, und mich auch niemals betrügen, ich schicke dir den virginischen Tabak und wünsche, dass er dir recht wohl schmecken mag, nimm vorlieb mit dem guten Willen, wenn ich die vornehme Sprache verstehen werde, will ich es schon besser machen, der gelbe Steinkopf ist dieses Jahr über allemaßen schön geraten, und die Kruppbohnen lassen sich herrlich an, aber mein Dachshündchen, den kleinen Feldmann, hat gestern der große Gänserich garstig ins Bein gebissen, nun, es kann nicht alles vollkommen sein auf dieser Welt, hundert Küsse in Gedanken, mein liebster Amandus, deine treueste Braut, Amanda von Zabeltau. Nachschrift Ich habe in großer Eil geschrieben, deswegen sind die Buchstaben hin und wieder etwas krumm geraten. Nachschrift Du musst mir das aber beileibe nicht übel nehmen, ich bin dennoch schreibe ich auch etwas krumm geraten Sinnes und stets deine getreue Anna. Nachschrift Der Tausend, das hätte ich doch bald vergessen, ich vergessliches Ding, der Papa lässt dich schönstens grüßen und dir sagen, du seist einer, der da soll und muss und würdest mich einst aus einer großen Gefahr retten. Nun, darauf freue ich mich recht und bin nochmals deine dich liebenste aller getreuste Anna von Zabeltau. Dem Fräulein Ennchen war eine schwere Last genommen, als sie diesen Brief fertig hatte, der ihr nicht wenig sauer geworden. Ganz leicht und froh wurde ihr aber zumute, als sie auch das Kuvert zustande gebracht, es versiegelt, ohne das Papier oder die Finger zu verbrennen, und den Brief nebst der Tabakschachtel, auf die sie ein ziemlich deutliches A-Punkt, V-Punkt, N-Punkt gepinselt, dem Gottlieb eingehändigt, um beides nach der Stadt auf die Post zu bringen. Nachdem das Federvieh auf dem Hofe gehörig besorgt, lief Fräulein Ennchen geschwind nach ihrem Lieblingsplatz, dem Küchengarten. Als sie nach dem Moorrübenacker kam, dachte sie daran, dass es nun offenbar an der Zeit sei, für die Leckermäuler in der Stadt zu sorgen und die ersten Moorrüben auszuziehen. Die Magd wurde herbeigerufen, um bei der Arbeit zu helfen. Fräulein Ennchen schritt behutsam bis in die Mitte des Ackers, fasste einen stattlichen Krautbusch, doch so wie sie zog, ließ sich ein seltsamer Ton vernehmen. Man denke ja nicht an die Allraunwurzel und an das entsetzliche Gewinsel und Geheul, das, wenn man sie auszieht aus der Erde, das menschliche Herz durchschneidet. Nein, der Ton, der aus der Erde zu kommen schien, glich einem feinen, freudigen Lachen. Doch aber ließ Fräulein Ennchen den Krautbusch wieder fahren und rief etwas erschreckt, I, wer lacht denn da mich aus? Als sich aber weiter nichts vernehmen ließ, fasste sie noch einmal den Krautbusch, der höher und stattlicher emporgeschossen schien als alle anderen und zog beherzt, das Gelächter, das sich wieder hören ließ, gar nicht der Moorrüben aus der Erde. Doch so wie Fräulein Ennchen die Moorrübe betrachtete, schrie sie laut auf vor freudigem Schreck, so dass die Magd herbeisprang und ebenso wie Fräulein Ennchen laut aufschrie über das hübsche Wunder, das sie gewahrte. Fest der Moorrübe aufgestreift, saß nämlich ein herrlicher goldener Ring mit einem feuer funkelnden Topaz. Ei, rief Fräulein Ennchen, das ist ihr Hochzeitsring, den müssen sie nur gleich anstecken. Was sprichst du für dummes Zeug, erwiderte Fräulein Ennchen, den Trauring, den muss ich ja von dem Herrn Amandus von Nebelstern empfangen, nicht von einer Moorrübe. Je länger Fräulein Ennchen den Ring betrachtete, desto mehr gefiel er ihr. Der Ring war aber auch wirklich von einer so feinen, zierlichen Arbeit, dass er alles zu übertreffen schien, was jemals menschliche Kunst zustande gebracht. Den Reif bildeten hundert und hundert winzig kleine Figürchen, in den mannigfaltigsten Gruppen verschlungen, die man auf den ersten Blick kaum mit dem bloßen Auge zu unterscheiden vermochte, die aber sah man den Ring länger und schärfer an, ordentlich zu wachsen, lebendig zu werden, in anmutigen Reihen zu tanzen schienen. Dann aber war das Feuer des Edelsteins von solch ganz besonderer Art, dass selbst unter den Topasen im grünen Gewölbe zu Dresden schwerlich ein solcher aufgefunden werden möchte. Wer weiß, sprach die Magd, wie lange der schöne Ring tief in der Erde gelegen haben mag, und da ist er dann herauf gespatelt worden, und die Moorrübe ist durchgewachsen. Vollein Entchen zog nun den Ring von der Moorrübe ab, und seltsam genug war es, dass diese ihr zwischen den Fingern durchglitschte und in dem Erdboden verschwand. Beide, die Magd und Fräulein Entchen achteten aber nicht sonderlich darauf. Sie waren zu sehr versunken in den Anblick des prächtigen Ringes, den Fräulein Entchen nun ohne weiteres ansteckte an den kleinen Finger der rechten Hand. So wie sie dies tat, empfand sie von der Grundwurzel des Fingers bis in die Spitze hinein einen stechenden Schmerz, der aber in demselben Augenblick wieder nachließ, als sie ihn fühlte. Natürlicherweise erzählte sie mittags dem Herrn Dapsul von Zabeltau, was ihr seltsames auf dem Moorrübenfelde begegnet, und zeigte ihm den schönen Ring, den die Moorrübe aufgesteckt gehabt. Sie wollte den Ring, damit ihn der Papa besser betrachten könne, vom Finger herabziehen. Aber einen stechenden Schmerz empfand sie, wie damals, als sie den Ring aufgesteckt, und dieser Schmerz hielt an, solange sie am Ringe zog, bis er zuletzt so unerträglich wurde, dass sie davon abstehen musste. Herr Dapsul betrachtete den Ring an Entchens Finger mit der gespanntesten Aufmerksamkeit, ließ Entchen mit dem ausgestreckten Finger allerlei Kreise nach allen Weltgegenden beschreiben, versank dann in tiefes Nachdenken und bestieg, ohne nur ein einziges Wort weiter zu sprechen, den Turm. Fräulein Entchen vernahm, wie der Papa im Hinaufsteigen beträchtlich seufzte und stöhnte. Andern Morgens, als Fräulein Entchen sich gerade auf dem Hofe mit dem großen Hahn herumjagte, der allerlei Unfug trieb und hauptsächlich mit den Täubern krakelte, weinte der Herr Dapsul von Zabeltau so schrecklich durch das Sprachrohr herab, dass Entchen ganz bewegt wurde und durch die hohle Hand hinaufrief, warum heulen Sie denn so unbarmherzig, bester Papa, das Federvieh wird ja ganz wild. Da schrie Herr Dapsul durch das Sprachrohr herab, Anna, meine Tochter Anna, steige sogleich zu mir herauf. Fräulein Entchen verwunderte sich höchlich über dieses Gebot, denn noch nie hatte sie der Papa auf den Turm beschieden, vielmehr dessen Pforte sorgfältig verschlossen gehalten. Es überfiel sie ordentlich eine gewisse Bangigkeit, als sie die schmale Wendeltreppe hinaufstieg und die schwere Tür öffnete, die in das einzige Gemach des Turmes führte. Herr Dapsul von Zabeltau saß, von allerlei wunderlichen Instrumenten und bestaubten Büchern umgeben, auf einem großen Lehnstuhl von seltsamer Form. Vor ihm stand ein Gestell, das in einem Rahmen gespanntes Papier trug, auf dem verschiedene Linien gezeichnet. Er hatte eine hohe, spitze, graue Mütze auf dem Kopf, er trug einen weiten Mantel von grauem Kalmank und hatte einen langen weißen Bart am Kinn, sodass er wirklich aussah wie ein Zauberer. Eben wegen des falschen Bartes kannte Fräulein Entchen den Papa anfangs gar nicht und blickte ängstlich umher, ob er etwa in einer Ecke des Gemaches vorhanden, nachher, als sie aber gewahrte, dass der Mann mit dem Barte wirklich Papachen sei, lachte Fräulein Entchen recht herzlich und fragte, ob's denn schon Weihnachten sei und ob Papachen den Knecht Ruprecht spielen wolle. Ohne auf Entchens Rede zu achten, nahm Herr Dapsul von Zabeltau ein kleines Eisen zur Hand, berührte damit Entchens Stirne und bestrich dann einige Male ihren rechten Arm, herab. Hierauf musste sie sich auf den Lehnstuhl setzen, den Herr Dapsul verlassen und den kleinen beringten Finger auf das in den Rahmen gespannte Papier in der Art stellen, dass der Topaz den Zentralpunkt, in den alle Linien zusammen liefen, berührte. Als bald schossen aus dem Edelstein gelbe Strahlen ringsumher, bis das ganze Papier dunkelgelb gefärbt war. Nun knisterten die Linien auf und nieder, und es war, als sprengen die kleinen Männlein aus des Ringes reif lustig umher auf dem ganzen Blatt. Der Herr Dapsul, den Blick von dem Papier nicht abwendend, hatte indessen eine dünne Metallplatte ergriffen, hielt sie mit beiden Händen hoch in die Höhe und wollte sie niederdrücken auf das Papier, doch in dem selben Augenblick glitschte er auf dem glatten Steinboden aus und fiel sehr unsanft auf den Hintern, während die Metallplatte, die er instinktmäßig losgelassen, um womöglich den Fall zu brechen und das Steißbein zu konservieren, klirrend zur Erde fiel. Fräulein Ennchen erwachte mit einem leisen Ach, aus dem seltsamen träumerischen Zustande, in den sie versunken. Herr Dapsul richtete sich mühsam in die Höhe, setzte den grauen Zuckerhut wieder auf, der ihm entfallen, brachte den falschen Bart in Ordnung und setzte sich dem Fräulein Ennchen gegenüber auf einige Folianten, die übereinander getürmt. Meine Tochter, sprach er dann, meine Tochter Anna, wie war dir soeben zumute? Was dachtest du, was empfandest du, welche Gestaltungen erblicktest du mit den Augen des Geistes in deinem Innern? Ach, erwiderte Fräulein Ennchen, mir war so wohl zumute, so wohl wie mir noch niemals gewesen, dann dachte ich an den Herrn Armandus von Nebelstern, ich sah ihn ordentlich vor Augen, aber er war noch viel hübscher als sonst und rauchte eine Pfeife von den virginischen Blättern, die ich ihm geschickt, welches ihm ungemein wohl stand. Dann bekam ich plötzlich einen ungemeinen Appetit nach jungen Moorrüben und Bratwürstlein und war ganz entzückt, als das Gericht vor mir stand, eben wollte ich zu langen, als ich wie mit einem jähen schmerzhaften Ruck aus dem Traum erwachte. Armandus von Nebelstern, virginischer Kanaster, Moorrüben, Bratwürste, so sprach Herr Dapsul von Zabelthau sehr nachdenklich und winkte der Tochter, die sich entfernen wollte, zu bleiben. Glückliches unbefangenes Kind, begann er mit einem Ton, der noch viel weinerlicher war, als sonst jemals, daß du nicht eingeweiht bist in die tiefen Mysterien des Weltalls, die drohlichen Gefahren nicht kennst, die dich umgeben, du weißt nichts von jener überirdischen Wissenschaft der heiligen Kabbalah, zwar wirst du auch deshalb niemals der himmlischen Lust der Wesen teilhaftig werden, die zur höchsten Stufe gelangt, weder Essen noch trinken dürfen als nur zur Lust und denen niemals Menschliches begegnet, du stehst aber auch dafür nicht die Angst des Ersteigens jener Stufe aus, die dein unglücklicher Vater, der noch viel zu sehr menschlicher Schwindel anwandelt und dem das, was er mühsam erforscht, nur Grauen und Entsetzen erregt und der noch immer aus purem irdischen Bedürfnis Essen und Trinken und überhaupt Menschliches tun muss. Erfahre, mein holdes mit Unwissenheit beglücktes Kind, dass die tiefe Erde, die Luft, das Wasser, das Feuer erfüllt ist mit geistigen Wesen höherer und doch wieder beschränkterer Natur als die Menschen. Es scheint unnötig, dir, mein Dümmchen, die besondere Natur der Gnome, Salamander, Sylphen und Undinen zu erklären, du würdest es nicht fassen können. Um dir die Gefahr anzudeuten, in der du vielleicht schwebst, ist es genug, dir zu sagen, dass diese Geister nach der Verbindung mit den Menschen trachten, und da sie wohl wissen, dass die Menschen in der Regel solch eine Verbindung sehr scheuen, so bedienen sich die erwähnten Geister allerlei listiger Mittel, um den Menschen, dem sie ihre Gunst geschenkt zu verlocken. Bald ist es ein Zweig, eine Blume, ein Glas Wasser, ein Feuerstrahl oder sonst etwas ganz geringfügig Scheinendes, was sie zum Mittel brauchen, um ihren Zweck zu erreichen. Richtig ist es, dass eine solche Verbindung oft sehr ersprießlich ausschlägt, wie denn einst zwei Priester, von denen der Fürst von Mirandola erzählt, 40 Jahre hindurch mit einem solchen Geist in der glücklichsten Ehe lebten. Richtig ist es ferner, dass die größten Weisen einer solchen Verbindung eines Menschen mit einem Elementargeist entsprossen, So war der große Zoroaster ein Sohn des Salamanders Oromasis, so waren der große Apollonius, der weise Merlin, der tapfere Graf von Kleve, der große Kabbalist Ben Syrah herrliche Früchte solcher Ehen, und auch die schöne Melusine war, nach dem Ausspruch des Paracelsus nichts anderes als eine Sulfide. Doch dem unerachtet ist die Gefahr einer solchen Verbindung nur zu groß, denn abgesehen davon, dass die Elementargeister von dem, dem sie ihre Gunst geschenkt, verlangen, dass ihm das hellste Licht der profundesten Weisheit aufgehe, so sind sie auch äußerst empfindlich und rächen jede Beleidigung sehr schwer. So geschah es einmal, dass eine Sulfide, die mit einem Philosophen verbunden, als er mit seinen Freunden von einem schönen Frauenzimmer sprach und sich vielleicht dabei zu sehr erhitzte, sofort in der Luft ihr schneeweißes schön geformtes Bein sehen ließ, gleichsam um die Freunde von ihrer Schönheit zu überzeugen, und dann den armen Philosophen auf der Stelle tötete. Doch ach, was spreche ich von anderen, warum spreche ich nicht von mir selbst? Ich weiß, dass schon seit zwölf Jahren mich eine Sulfide liebt, aber sie ist scheu und schüchtern, und so quält mich der Gedanke an die Gefahr, durch kabbalistische Mittel sie zu fesseln, da ich noch immer viel zu sehr an irdischen Bedürfnissen hänge und daher der gehörigen Weisheit ermangele. Jeden Morgen nehme ich mir vor zu fasten, lasse auch das Frühstück glücklich vorübergehen, aber wenn dann der Mittag kommt, oh Anna, meine Tochter Anna, du weißt es ja, ich fresse erschrecklich. Diese letzten Worte sprach der Herr Dapsul von Zabelthau mit beinahe heulendem Ton, in dem ihm die bittersten Tränen über die hageren eingefallenen Backen liefen. Dann fuhr er beruhigter fort, doch bemühe ich mich gegen den mir gewogenen Elementargeist des feinsten Betragens, der ausgesuchtesten Galanterie, niemals wage ich es, eine Pfeife Tabak ohne die gehörigen kabbalistischen Vorsichtsmaßregeln zu rauchen, denn ich weiß ja nicht, ob mein zarter Luftgeist die Sorte liebet und nicht empfindlich werden könne über die Verunreinigung seines Elements, weshalb denn auch alle diejenigen, die Jagdknaster rauchen oder es blühe Sachsen niemals weise und der Liebe einer Sulfide teilhaftig werden können. Ebenso verfahre ich, wenn ich mir einen Haselstock schneide, eine Blume pflücke, eine Frucht esse oder Feuer anschlage, da all mein Trachten dahin geht, es durchaus mit keinem Elementargeist zu verderben. Und doch, siehst du wohl jene Nussschale, über die ich ausglitschte und rücklings umstülpend das ganze Experiment verdarb, das mir das Geheimnis des Ringes ganz erschlossen haben würde? Ich erinnere mich nicht jemals in diesem nur der Weisheit geweihten Gemach. Du weißt nun, weshalb ich auf der Treppe frühstücke, Nüsse genossen zu haben, und umso klarer ist es, dass in diesen Schalen ein kleiner Gnom versteckt war, vielleicht um bei mir zu hospitieren und meinen Experimenten zuzulauschen, denn die Elementargeister lieben die menschlichen Wissenschaften, vorzüglich solche, die das uneingeweihte Volk wo nicht albern und aberwitzig, so doch die Kraft des menschlichen Geistes übersteigend und eben deshalb gefährlich nennt. Deshalb finden sie sich auch häufig ein bei den göttlichen magnetischen Operationen. Vorzüglich sind es aber die Gnomen, die ihre Fopperei nicht lassen können, und dem Magnetiseur, der noch nicht zu der Stufe der Weisheit gelangt ist, die ich erst beschreibe und zu sehr hängt an irdischem Bedürfnis, ein verliebtes Erdenkind unterschieben in dem Augenblick, da er glaubt, in völlig reiner, abgeklärter Lust eine Sulfide zu umarmen. Als ich nun dem kleinen Studenten auf den Kopf trat, wurde er böse und warf mich um. Aber einen tiefern Grund hatte wohl der Gnom, mir die Entzifferung des Geheimnisses mit dem Ringe zu verderben. Anna, meine Tochter Anna, vernimm es, herausgebracht habe ich, dass ein Gnom dir seine Gunst zugewandt, der, nach der Beschaffenheit des Ringes zu urteilen, ein reicher, vornehmer und dabei vorzüglich feingebildeter Mann sein muss. Aber, meine teure Anna, mein viel geliebtes herziges Dümmchen, wie willst du es anfangen, dich ohne die entsetzliche Gefahr mit einem solchen Elementargeist in irgendeine Verbindung einzulassen? Hättest du den Cassiodorus Remus gelesen, so könntest du mir zwar entgegnen, dass nach dessen wahrhaftigem Bericht die berühmte Magdalena de la Croix, Äbtissin eines Klosters zu Cordoba in Spanien, dreißig Jahre mit einem kleinen Gnom in vergnügter Ehe lebte, dass ein Gleiches sich mit dem Sylphen und der jungen Gertrud, die Nonne war im Kloster Nazareth bei Köln zutrug, aber denke an die gelehrten Beschäftigungen jener geistlichen Damen und an die Deinigen. Welch ein Unterschied! Statt in weisen Büchern zu lesen, fütterst du sehr oft Hühner, Gänse, Enten und andere, jeden Kabbalisten molestierende Tiere. Statt den Himmel, den Lauf der Gestirne zu beobachten, gräbst du in der Erde. Statt in künstlichen, horoskopischen Entwürfen die Spur der Zukunft zu verfolgen, stammst du Milch zu Butter und machst Sauerkraut ein, zu schnödem winterlichem Bedürfnis, wiewohl ich selbst der gleichen Speisung ungern vermisse. Sage, kann das alles einem feinfühlenden philosophischen Elementargeist auf die Länge gefallen? Denn, O Anna, durch dich blüht Dapsulheim, und diesem irdischen Beruf mag und kann dein Geist sich nimmer entziehen, und doch empfandest du über den Ring, selbst da er dir jähen bösen Schmerz erregte, eine ausgelassene unbesonnene Freude. Zu deinem Heil wollte ich durch jene Operation die Kraft des Ringes brechen, dich ganz von dem Gnomen befreien, der dir nachstellt, sie misslang durch die Tücke des kleinen Studenten in der Nussschale. Und doch, mir kommt ein Mut, den Elementargeist zu bekämpfen, wie ich ihn noch nie gespürt. Du bist mein Kind. Dass sich zwar nicht mit einer Sulfide, Salamandrin oder sonst einem Elementargeist erzeugt, sondern mit jenem armen Landfräulein aus der besten Familie, die die gottvergessenen Nachbarn mit dem Spottnamen Ziegenfräulein verhöhnten, ihrer idyllischen Naturhalber, die sie vermochte, jeden Tag eine kleine Herde weißer Schmucker Ziegen selbst zu weiden auf grünen Hügeln, wozu ich, damals ein verliebter Narr, auf meinem Turm die Schalmai blies, doch du bist und bleibst mein Kind, mein Blut, ich rette dich, hier, diese mystische Pfeile soll dich befreien von dem verderblichen Ringe. Damit nahm Herr Dapsul von Zabeltau eine kleine Pfeile zur Hand und begann an dem Ringe zu feilen. Kaum hatte er aber einmal hin und her gestrichen, als Pfeilen mir ja den Finger ab, so rief sie und wirklich quoll dickes dunkles Blut unter dem Ringe hervor. Da ließ Herr Dapsul die Pfeile aus der Hand fallen, sank halb ohnmächtig in den Lehnstuhl und rief in aller Verzweiflung Oh, 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 es ist um mich geschehen, vielleicht noch in dieser Stunde kommt der erzürnte Gnom und beißt mir die O Anna, Anna, geh, flieh! Fräulein Entchen, die sich bei des Papas wunderlichen Reden schon längst weit weg gewünscht hatte, sprang hinab mit der Schnelle des Windes. Ende von Kapitel Zwei Gelesen von Hokus Pokus Kapitel Drei von Die Königsbraut von Ethea Hoffmann Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain Drittes Kapitel Es wird von der Ankunft eines merkwürdigen Mannes in Dapsulheim berichtet und erzählt was sich dann ferner begeben Der Herr Dapsul von Zabeltau hatte eben seine Tochter unter vielen Tränen umarmt und wollte den Turm besteigen wo er jeden Augenblick den bedrohlichen Besuch des erzürnten Gnomen befürchtete Da ließ sich heller lustiger Hörnerklang vernehmen und hinein in den Hof sprengte ein kleiner Reiter von ziemlich sonderbarem possierlichen Aussehen Das gelbe Pferd war gar nicht groß und von einem feinen zierlichen Bau deshalb nahm sich auch der kleine trotz seines unförmlich dicken Kopf gar nicht so zwergartig aus sondern ragte hoch genug über den Kopf des Pferdes empor Das war aber bloß dem langen Leibe zuzuschreiben denn was an Beinen und Füßen über den Sattel hing war so wenig dass es kaum zu rechnen Übrigens trug der Kleine einen sehr angenehmen Habit von goldgelbem Atlas eine ebensolche hohe Mütze mit einem tüchtigen grasgrünen Federbusch und Reitstiefel von schön poliertem Mahagoniholz Mit einem durchdringenden Brrr hielt der Reiter dicht vor dem Herrn von Zabeltau Er schien absteigen zu wollen Plötzlich fuhr er aber mit der Schnelligkeit eines Blitzes unter dem Bauch des Pferdes hinweg schleuderte sich auf der anderen Seite zwei dreimal hintereinander zwölf Ellen hoch in die Lüfte sodass er sich auf jeder Elle sechsmal überschlug bis er mit dem Kopf auf dem Sattelknopf zu stehen kam so galoppierte er indem die Füßchen in den Lüften Trocheen Pyrichien Daktylen und so weiter spielten vorwärts rückwärts seitwärts in allerlei wunderlichen Wendungen und Krümmungen Als der zierliche Gymnastiker und Reitkünstler endlich stillstand und höflich grüßte erblickte man auf dem Boden des Hofes die Worte seien sie mir schönstens gegrüßt samt ihrem Fräulein Tochter mein hochverehrter Herr Dapsul von Zabeltau Er hatte diese Worte mit schönen römischen Unzialbuchstaben in das Erdreich geritten Hierauf sprang der Kleine vom Pferde schlug dreimal Rat und sagte dann dass er ein schönes Kompliment auszurichten habe an den Herrn Dapsul von Zabeltau von seinem gnädigen Herrn dem Herrn Baron Porphyrio von Ocherodastes genannt Corduan Spitz und wenn es dem Herrn Dapsul von Zabeltau nicht unangenehm wäre so wolle der Herr Baron auf einige Tage freundlich bei ihm einsprechen da er künftig sein nächster Nachbar zu werden hoffe Herr Dapsul von Zabeltau glich mehr einem Toten als einem Lebendigen so bleich und starr stand er da an seiner Tochter gelehnt kaum war ein wird mir sehr erfreulich sein mühsam seinen bebenden Lippen entflohen als der kleine Reiter sich mit denselben Zeremonien wie er gekommen blitzschnell entfernte Ach meine Tochter rief nun Herr Dapsul von Zabeltau heulend und schluchzend Ach meine Tochter meine arme unglückselige Tochter es ist nur zu gewiß es ist der Gnom welcher kommt dich zu entführen und mir den Hals umzudrehen doch wir wollen den letzten Mut aufbieten den wir etwa noch besitzen möchten vielleicht ist es möglich den erzürnten Elementargeist zu versöhnen wir müssen uns nur so schicklich gegen ihn benehmen als es irgend in unserer Macht steht sogleich werde ich dir mein teures kind einige Kapitel aus dem Lacktanz oder aus dem Thomas Aquinus vorlesen über den Umgang mit Elementargeistern damit du keinen garstigen Schnitzer machst noch ehe aber der Herr Dapsul von Zabeltau den Lacktanz den Thomas Aquinas oder einen anderen elementarischen Knicke herbeischaffen konnte hörte man schon ganz in der Nähe eine Musik erschallen die beinahe der zu vergleichen die hinlänglich musikalische Kinder zum lieben Weihnachten aufzuführen pflegen ein schöner langer Zug kam die Straße herauf voran ritten wohl an die sechzig siebzig kleine Reiter auf kleinen gelben Pferden sämtlich gekleidet wie der Abgesandte in gelben Habiten Spitzen Mützen und Stiefeln von poliertem Mahagoni ihnen folgte eine mit acht gelben Pferden bespannte Kutsche von dem reinsten Kristall der noch ungefähr vierzig andere minderprächtige teils mit sechs teils mit vier Pferden bespannte Kutschen folgten noch eine Menge Pagen Läufer und andere Diener schwärmten nebenher auf und nieder in glänzenden Kleidern angetan so dass das Ganze einen ebenso lustigen als seltsamen Anblick gewährte Herr Dapsul von Zabeltau blieb versunken in trübes Staunen Fräulein Entchen die bisher nicht geahnt dass es auf der ganzen Erde solch niedliche schmucke Dinger geben könne als diese Pferdchen und Leutchen geriet ganz außer sich und vergaß alles sogar den Mund den sie zum freudigen Ausruf weit genug geöffnet wieder zuzumachen Die achtspännige Kutsche hielt dicht vor dem Herrn Dapsul von Zabeltau Reiter sprangen von den Pferden Pagen Diener eilten herbei der Kutschenschlag wurde geöffnet und wer nun auf den Armen der Dienerschaft herausschwebte aus der Kutsche war niemand anders als der Herr Baron Porphyrio von Ocherodastes genannt Corduanspitz Was seinen Wuchs betraf so war der Herr Baron bei weitem nicht dem Apoll von Belvedere ja nicht einmal dem sterbenden Fechter zu vergleichen denn außerdem dass er keine volle drei Fuß maß so bestand auch der dritte Teil seines kleinen Körpers aus dem offenbar zu großen dicken Kopf dem übrigens eine tüchtige lang gebogene Nase sowie ein paar große kugelrunde hervorquellende Augen keine üble zierde waren da der Leib auch etwas lang so blieben für die Füßchen nur etwa vier Zoll übrig dieser kleine Spielraum war aber gut genutzt denn an und vor sich selbst waren die freiherrlichen Füße die zierlichsten die man nur sehen konnte freilich schienen sie aber zu schwach das merkwürdige Haupt zu tragen der Baron hatte einen schwankenden Gang stülpte auch manchmal wohl um stand aber gleich wieder wie ein Stehaufmännchen auf den Füßen so dass jedes Umstülpen mehr der angenehme Schnörkel eines Tanzes schien Der Baron trug einen eng anschließenden Habit von gleißendem Goldstoff und ein Mützchen das beinahe einer Krone zu vergleichen mit einem ungeheuren Busch von vielen krautgrünen Federn So wie der Baron nun auf der Erde stand stürzte er auf den Herrn Dapsul von Zabeltau los fasste ihn bei beiden Händen schwang sich empor bis an seinen Hals hing sich an diesen und rief mit einer Stimme die viel stärker dröhnte als man es hätte der kleinen Statur zutrauen sollen Oh mein Dapsul von Zabeltau mein teurer inst geliebter Vater Darauf schwang der Baron sich ebenso behände und geschickt wieder herab von des Herrn Dapsuls Halse sprang oder schleuderte sich vielmehr auf Fräulein Ennchen los fasste die Hand mit dem beringten Finger bedeckte sie mit laut schmatzenden Küssen und rief ebenso dröhnend als zuvor Oh mein allerschönstes Fräulein Anna von Zabeltau meine geliebteste Braut Darauf klatschte der Baron in die Händchen und alsbald ging die geltende lärmende Kindermusik los und über hundert kleine Herrlein die den Kutschen und den Pferden entstiegen tanzten wie erst der Kurier zum Teil auf den Köpfen dann wieder auf den Füßen in den Zierlichen Trocheen Spondeen Jamben Pyrichien Anapesten Tribarchen Bachien Antibachien Koriamben Daktylen dass es eine Lust war während dieser Lust erholte sich aber Fräulein Ennchen von dem großen Schreck den ihr des kleinen Barons Anrede verursacht und geriet in allerlei wohlgegründete ökonomische Bedenken Wie dachte sie ist es möglich dass das ganze kleine Volk Platz hat in diesem kleinen Hause wäre es auch mit der Not entschuldigt wenn ich wenigstens die Dienerschaft in die große Scheune bettete hätten sie da auch wohl Platz und was fange ich mit den Edelleuten an die in den Kutschen gekommen und gewiss gewohnt sind in schönen Zimmern sanft und weich gebettet zu schlafen sollten auch die beiden Ackerpferde heraus aus dem Stall ja wäre ich unbarmherzig genug auch den alten lahmen Fuchs heraus zu jagen ins Gras ist dennoch wohl Platz genug für alle diese kleinen Bestien von Pferden die der hässliche Baron mitgebracht und ebenso geht es ja mit den 41 Kutschen aber nun noch das ärgste ach du lieber Gott reicht denn der ganze Jahresvorrat wohl hin all diese kleinen Kreaturen auch nur zwei Tage hindurch zu sättigen dies letzte Bedenken war nun wohl das allerschlimmste fräulein Ennchen sah schon alles aufgezehrt alles neue Gemüse die Hammelherde das Federvieh das eingesalzene Fleisch ja selbst den Runkelrüben Spiritus und das trieb ihr die hellen Tränen in die Augen Es kam ihr vor als schnitte ihr eben der Baron Corduan Spitz ein rechtes freches schadenfrohes Gesicht und das gab ihr den Mut ihm als seine Leute noch im besten Tanze begriffen waren in dürren Worten zu erklären dass so lieb dem Vater auch sein Besuch sein möge an einen längeren als zweistündigen Aufenthalt in Dapsulheim doch gar nicht zu denken da es an Raum und an allen übrigen Dingen die zur Aufnahme und zur standesmäßigen Bewirtung eines solchen vornehmen reichen Herrn nebst seiner zahlreichen Dienerschaft nötig gänzlich mangele da sah aber der kleine Corduanspitz plötzlich so ungemein süß und zart aus wie ein Marzipan Brötchen und versicherte indem er mit zugedrückten Augen Fräulein Ennchens etwas raue und nicht zu weiße Hand an die Lippen drückte daß er weit entfernt sei dem lieben Papa und der schönsten Tochter auch nur die mindeste Ungelegenheit zu verursachen er führe alles mit sich was Küche und Keller zu leisten habe was aber die Wohnung betreffe so verlange er nichts als ein Stückchen Erde und den freien Himmel darüber damit seine Leute den gewöhnlichen Reisepalast bauen könnten indem er mitsamt seiner ganzen Dienerschaft und was desselben noch an Vieh anhängig hausen werde über diese worte des baron porphyrio von ockerodastes wurde fräulein ennchen so vergnügt dass sie um zu zeigen es käme ihr auch eben nicht darauf an ihre leckerbissen preiszugeben im begriff stand dem kleinen krapfkuchen den sie von der letzten kirchweih aufgehoben und ein gläschen runkelrüben geist anzubieten wenn er nicht doppelten bitter vorziehe den die groß magt aus der stadt mitgebracht und als magenstärkend empfohlen doch in dem augenblick setzte corduan spitz hinzu dass er zum aufbau des palastes den gemüsegarten erkoren und hin war änchens freude während aber die dienerschaft um des herren ankunft auf dapsulheim zu feiern ihre olympischen spiele fortsetzte indem sie bald mit den dicken köpfen sich in die spitzen bäuche rannten und rückwärts überschlugen bald sich in die lüfte schleuderten bald unter sich kegelten selbst kegel kugel und kegler vorstellend und so weiter vertiefte sich der kleine baron porphyrio von ocherodastes mit dem herren dapsul von zabeltau in ein gespräch das immer wichtiger zu werden schien bis beide hand in hand sich fortbegaben und den astronomischen turm bestiegen voller angst und schrecken lief nun fräulein ännchen eiligst nach dem gemüse garten um zu retten möglich die großmarkt stand schon auf dem felde und starrte mit offenem mund vor sich her regungslos als sei sie verwandelt in eine salzsäule wie lots weib fräulein ännchen neben ihr erstarrte gleichermaßen endlich schrien aber beide dass es weit in den lüften wieder hallte ach mein herr jemine was ist denn das für ein unglück den ganzen schönen gemüsegarten fanden sie verwandelt in eine wüste ney da grünte kein graut blühte keine staude es schien ein ödes verwüstetes feld nein schrie die magd ganz erbost es ist nicht anders möglich das haben die verfluchten kleinen kreaturen getan die soeben angekommen sind in kutschen sind sie gefahren wollen wohl vornehme leute vorstellen ha ha kobolde sind es glaubt es mir fräulein ännchen nichts als unchristliche hexen kerls und hätt ich nur ein stückchen kreuz wurzel bei der hand so sollten sie ihr wunder sehen doch sie sollen nur kommen die kleinen bestien mit diesem spaten schlage ich sie tot damit schwang die groß magd ihre bedrohliche waffe in den lüften in dem fräulein ännchen laut weinte es nahten sich indessen jetzt vier herren aus corduanspitzes gefolge mit solchen angenehm zierlichen minen und höflichen verbeugungen sahen auch dabei so höchst wunderbar aus dass die großmarkt statt wie sie gewollt gleich zuzuschlagen den spaten langsam sinken ließ und fräulein ännchen einhielt mit weinen die herren kündigten sich als die den herren baron porphyrio von ockerodastes genannt corduanspitz zunächst umgebenden freunde an waren wie es auch ihre kleidung wenigstens symbolisch andeutete von vier verschiedenen nationen und nannten sich pan kapustowitsch aus polen herr von schartrettich aus pommern signor di broccoli aus italien monsieur de raccoumboll aus frankreich sie versicherten in sehr wohlklingenden redensarten dass sogleich die bauleute kommen und dem allerschönsten fräulein das hohe vergnügen bereiten würden in möglichst schneller einen hübschen palast aus lauter seide aufbauen zu sehen was kann mir der palast aus seide helfen rief fräulein ännchen laut weinend im tiefsten schmerz was geht mich überhaupt euer baron corduanspitz an da ihr mich um alles schöne gemüse gebracht habt ihr schlechten leute und alle meine freude dahin ist die höflichen leute trösteten aber fräulein ännchen und versicherten dass sie durchaus gar nicht schuld wären an der verwüstung des gemüse gartens dass derselbe im gegenteil bald wieder in einem solchen flor grünen und blühen werde wie ihn fräulein ännchen noch niemals und überhaupt noch keinen in der welt gesehen die kleinen bauleute kamen auch wirklich und nun ging ein solches tolles wirres durcheinander treiben auf dem acker los dass fräulein ännchen sowohl als die großmarkt ganz erschrocken davon rannten bis an die ecke eines busches wo sie stehen blieben und zuschauen wollten wie sich dann alles weiter begeben würde ohne dass sie aber auch nur im mindesten begriffen wie das mit rechten dingen zugehen konnte formte sich vor ihren augen in wenigen minuten ein hohes prächtiges gezelt aus goldgelbem stoff mit bunten kränzen und federn geschmückt dass es den ganzen raum des großen gemüsegartens einnahm so dass die zeltschnüre über das dorf weg bis in den nahegelegenen wald gingen und dort an starken bäumen befestigt waren kaum war das gezelt fertig als der baron porphyrio von ocherodastes mit dem herrn dapsul von zabeltau hinab kam von dem astrologischen turm nach mehreren umarmungen in die achtspännige kutsche stieg und nebst seinem gefolge in derselben ordnung wie er nach dapsul heim gekommen hinein zog in den seidenen palast der sich hinter dem letzten mann zuschloss nie hatte fräulein ännchen den papa so gesehen auch die leiseste spur der betrübnis von der er sonst stets heim gesucht war weggetilgt von seinem antlitz es war beinahe als wenn er lächelte und dabei hatte sein blick in der tat etwas verklärtes das denn wohl auf ein großes glück zu deuten pflegt das jemanden ganz unvermutet über den hals gekommen schweig schweigend nahm herr dapsul von zabeltau fräulein ännchens hand führte sie hinein in das haus umarmte sie dreimal hintereinander und brach dann endlich los glückliche anna überglückliches kind glücklicher vater o tochter alle besorgnis aller gram alles herzeleid ist nun vorüber dich trifft ein los wie es nicht so leicht einer sterblichen vergönnt ist wisse dieser baron porphyrio von ocherodastes genannt corduanspitz ist keineswegs ein feindseliger gnome wiewohl er von diesen elementargeistern abstammt dem es aber gelang seine höhere natur durch den unterricht des salamanders oromasis zu reinigen aus dem geläuterten feuer ging aber die liebe zu einer sterblichen hervor mit der er sich verbannt und anher der illüsteren familie wurde durch deren name jemals ein pergament geziert wurde ich glaube dir geliebte tochter anna schon gesagt zu haben dass der schüler des großen salamanders oromasis der edle gnome zelmener ein khaldeischer name der in echtem reinen deutsch so viel heißt als grützkopf sich in die berühmte magdalene de la croix verliebte und und wohl an die dreißig jahre mit ihr in einer glücklichen vergnügten ehe lebte ein sprössling der sublimen familie höherer naturen die aus dieser verbindung sich fortpflanzte ist nun der liebe baron porphyrio von ockerodastes der den zunahmen corduanspitz angenommen zur bezeichnung seiner abstammung aus cordua in spanien und um sich von einer mehr stolzen im grunde aber weniger würdigen seitenlinie zu unterscheiden die den beinamen safia trägt dass dem corduan ein spitz zugesetzt worden muss seine besondere elementarisch astrologische Ursache haben ich dachte noch nicht darüber nach dem beispiel seines großen anherrn folgend des gnomen zilmenech der die magdalena de la croix auch schon seit ihren zwölften jahre liebte hat dir auch der vortreffliche ockerodastes seine liebe zugewandt als du erst zwölf jahre zähltest er war so glücklich von dir einen kleinen goldenen fingerreif zu erhalten und nun hast du auch seinen ring angesteckt so dass du unwiderruflich seine braut geworden wie rief fräulein ännchen voll schrecken und bestürzung wie seine braut den abscheulichen kleinen kobold soll ich heiraten bin ich denn nicht längst die braut des herrn amandus von nebelstern nein nimmer nimmermehr nehme ich den hässlichen hexenmeister zum mann und mag er tausendmal aus corduan sein oder aus safian da erwiderte hert dapsul von zabeltau ernster werdend da sehe ich denn zu meinem leidwesen wie wenig die himmlische weisheit deinen verstockten irdischen sinnen zu durchdringen vermag hässlich abscheulich nennst du den edlen elementarischen porphyrio von ocherodastes vielleicht weil er nur drei fuß hoch ist und außer dem kopf an leib arm und bein und anderen nebensachen nichts erkleckliches bei sich trägt statt dass ein solcher irdischer gag wie du ihn dir wohl denken magst die beine nicht lang genug haben kann der Rockschöße wegen oh meine Tochter in welchem heillosen Irrtum bist du befangen alle Schönheit liegt in der Weisheit alle Weisheit in den Gedanken und das physische Symbol des Gedankens ist der Kopf je mehr Kopf desto mehr Schönheit und Weisheit und könnte der Mensch alle übrigen Glieder als schädliche Luxusartikel die vom Übel wegwerfen er stände da als das höchste Ideal woraus entstehen alle Beschwerden alles Ungemach alle Zwietracht aller Hader kurz alles Verderben des Irdischen als aus der verdammten Üppigkeit der Glieder oh welcher Frieden welche Ruhe welche Seligkeit auf Erden wenn die Menschheit existierte ohne Leib Steiß Arm und Bein wenn sie aus lauter Büsten bestünde Glücklich ist daher der Gedanke der Künstler wenn sie große Staatsmänner oder große Gelehrte als Büste darstellen um symbolisch die höhere Natur anzudeuten die ihnen innewohnen muss Vermöge ihrer Charge oder ihrer Bücher also meine liebe Tochter Anna nichts von Hässlichkeit Abscheulichkeit oder sonstigem Tadel des Edelsten der Geister des herrlichen Porphyrio von Ocherodastes dessen Braut du bist und bleibst wisse dass durch ihn auch dein Vater in kurzem die höchste Stufe des Glücks dem er so lange vergebens nachgetrachtet ersteigen wird Porphyrio von Ocherodastes ist davon unterrichtet dass mich die Sylphide Nehahila syrisch so viel als Spitznase liebt und will mir mit allen Kräften beistehen dass ich der Verbindung mit dieser höheren geistigen Natur ganz würdig werde du wirst mein liebes Kind mit deiner künftigen Stiefmutter wohl zufrieden sein möge ein günstiges Verhängnis es so fügen dass unsere beiden Hochzeiten zu einer und derselben glücklichen Stunde gefeiert werden könnten damit verließ der Herr Dapsul von Zabeltau indem er der Tochter noch einen bedeutenden Blick zugeworfen pathetisch das Zimmer dem Fräulein Ennchen fiel es schwer aufs Herz als sie sich erinnerte dass ihr wirklich vor langer Zeit da sie noch ein Kind ein kleiner Goldreif vom Finger weg abhanden gekommen auf unbegreifliche Weise Nun war es ihr gewiß dass der kleine abscheuliche Hexenmeister sie wirklich in sein Garn verlockt so dass sie kaum mehr entrinnen könne und darüber geriet sie in die alleräußerste Betrübnis sie sie musste ihrem gepressten Herzen Luft machen und das geschah mittels eines Gänsekehls den sie ergriff und Flux an den Herrn Amandus von Nebelstern schrieb in folgender Weise Mein Herz liebster Amandus es ist alles rein aus ich bin die unglücklichste Person auf der ganzen Erde und schluchze und heule vor lauter Betrübnis so sehr dass das liebe Vieh sogar Mitleid und Erbarmen mit mir hat vielmehr wirst du davon gerührt werden eigentlich geht das Unglick auch dich ebenso gut an wie mich und du wirst dich ebenso betrüben müssen du weißt doch dass wir uns so herzlich lieben als nur irgendein Liebespaar sich lieben kann und dass ich deine Braut bin und dass uns der Papa zur Kirche geleiten wollte nun da kommt plötzlich ein kleiner garstiger gelber Mann mit einer ebenso angezogen und behauptet ich hätte mit ihm Ringe gewechselt und wir wären Braut und Bräutigam und denke einmal wie schrecklich der Papa sagt auch dass ich den kleinen Unhalt heiraten müsse weil er aus einer sehr vornehmen Familie sei das mag sein nach dem Gefolge zu urteilen und den glänzenden Kleidern die sie tragen aber einen solchen gräulichen Namen hat der Mensch dass ich schon deshalb niemals eine Frau werden mag ich kann die unchristlichen Wörter aus denen der Name besteht gar nicht einmal nachsprechen übrigens heißt er aber auch Corduanspitz und das ist eben der Familienname schreibt mir doch ob die Corduanspitze wirklich so erlaucht und vornehm sind man wird das wohl in der Stadt wissen ich kann gar nicht begreifen was dem Papa einfällt in seinen alten Tagen er will auch noch heiraten und der hässliche Corduanspitz soll ihn verkuppeln an eine Frau die in den Lüften schwebt Gott schütze uns die Großmagd zuckt die Achseln und meint von solchen gnädigen Frauen die in der Luft flögen und auf dem Wasser schwemmen halte sie nicht viel sie würde sogleich aus dem Dienst gehen und wünsche meinetwegen dass die Stiefmama womöglich den Hals brechen möge bei dem ersten Lustritt zu St. Walpurgis das sind schöne Dinge aber auf dich steht meine ganze Hoffnung ich weiß ja dass du derjenige bist der da soll und muss und mich retten wirst aus großer Gefahr die Gefahr ist da komm eile rette deine bis in den Tod betrübte aber getreueste Braut Anna von Zabeltau Nachschrift könntest du den kleinen gelben Corduanspitz nicht herausfordern du wirst gewiss gewinnen denn er ist etwas schwach auf den Beinen Nachschrift ich bitte dich nochmals ziehe dich nur gleich an und eile zu deiner unglücklichsten so wie oben aber getreuesten Braut Anna von Zabeltau Ende von Kapitel 3 gelesen von Hokus Pokus Kapitel 4 von die Königsbraut von E.T.A. Hoffmann diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain Viertes Kapitel in welchem die Hofhaltung eines mächtigen Königs beschrieben nicht dem aber von einem blutigen Zweikampf und von anderen seltsamen Vorfällen Nachricht gegeben wird Fräulein Entchen fühlte sich vor lauter Betrübnis wie gelähmt an allen Gliedern Am Fenster saß sie mit übereinandergeschlagenen Armen und starrte hinaus ohne des Gackerns Krähens Maunzen und Piepsens des Federvies zu achten das da es zu dämmern begann wie gewöhnlich von ihr zur Ruhe gebracht werden wollte Ja sie ließ es mit der größten Gleichgültigkeit geschehen dass die Magd dies Geschäft besorgte und dem Haushahn der sich in die Ordnung der Dinge nicht fügen ja sich gegen die Stellvertreterin auflehnen wollte mit der Peitsche einen ziemlich derben Schlag versetzte Der eigene Liebesschmerz der ihre Brust zerriss raubte ihr alles Gefühl für das Leid des liebsten Zöglings ihrer süßesten Stunden die sie der Erziehung gewidmet ohne den Chesterfield oder den Knigge zu lesen ja ohne die Frau von Jean-Li oder andere seelenkennerische Damen zu Rate zu ziehen die auf ein Haar wissen wie junge Gemüter in die rechte Form zu kneten man hätte ihr das als Leichtsinn anrechnen können den ganzen Tag hatte sich Corduan Spitz nicht sehen lassen sondern war bei dem Herrn Dapsul von Zabeltau auf dem Turm geblieben wo sehr wahrscheinlich wichtige Operationen vorgenommen sein mussten jetzt aber bemerkte Fräulein Entchen den Kleinen wie er im glühenden Schein der Abendsonne auf den Hof wankte Er kam in seinem hochgelben Habit garstiger vor als jemals und die possierliche Art wie er hin und her hüpfte jeden Augenblick umzustülpen schien sich wieder empor schleuderte worüber ein anderer sich krank gelacht haben würde verursachte ihr nur noch mehr Gram Ja sie hielt endlich beide Hände vors Gesicht um den widerwärtigen Popanz nur nicht ferner zu schauen Da fühlte sie plötzlich dass jemand sie an der Schürze zupfte Kusch Feldmann rief sie meinend es sei der Hund der sie zupfte Es war aber nicht der Hund Vielmehr blickte Fräulein Entchen als sie die Hände vom Gesicht nahm den Herrn Baron Porphyrio von Ocarodastes der sich mit einer beispiellosen Behändigkeit auf ihren Schoß schwang und sie mit beiden Armen umklammerte vor Schreck und Abscheu schrie Fräulein Entchen laut auf und fuhr von dem Stuhl in die Höhe Corduan Spitz blieb aber an ihrem Halse hängen und wurde in dem Augenblick so fürchterlich schwer dass er mit einem Gewicht von wenigstens zwanzig Zentnern das arme Entchen Pfeil schnell wieder herabzog auf den Stuhl wo sie gesessen Jetzt rutschte Corduan Spitz aber auch sogleich herab von Entchens Schoß ließ sich so zierlich und manierlich als es bei einigem Mangel an Gleichgewicht nur in seinen Kräften stand wieder auf sein rechtes kleines Knie und sprach dann mit einem klaren etwas besonders aber nicht widerlich klingenden Ton angebetetes Fräulein Anna von Zabelthau vortrefflichste Dame auserwählteste Braut nur keinen Zorn ich bitte ich flehe nur keinen Zorn nur keinen Zorn ich weiß sie glauben meine Leute hätten ihren schönen Gemüsegarten verwüstet um meinen Palast zu bauen o Mächte des Alls könnten sie doch nur hineinschauen in meinen geringen Leib und mein in lauter Liebe und Edelmut hüpfendes Herz erblicken könnten sie doch nur alle Kardinaltugenden entdecken die unter diesem gelben Atlas in meiner Brust versammelt sind o wie weit bin ich von jener schmachvollen Grausamkeit entfernt die sie mir zutrauen wie wär es möglich daß ein milder Fürst seine eigenen Unterta doch halt halt das sind Worte Redens Arten schauen müssen sie selbst o Braut ja schauen selbst die Herrlichkeiten die ihrer warten sie müssen mit mir gehen ja mit mir gehen auf der Stelle ich führe sie in meinen Palast wo ein freudiges Volk lauert auf die angebetete Geliebte des Herrn man kann denken wie Fräulein Entchen sich vor Corduanspitzes Zumutung entsetzte wie sie sich sträubte dem bedrohlichen Popanz auch nur einen Schritt zu folgen Corduanspitz ließ aber nicht nach ihr die außerordentliche Schönheit den grenzenlosen Reichtum des Gemüsegartens der eigentlich sein Palast sei mit solchen eindringlichen Worten zu beschreiben dass sie endlich sich entschloss wenigstens etwas hineinzugucken in das Gezelt welches ihr denn doch ganz und gar nicht schaden könne der kleine schlug vor lauter Freude und Entzücken wenigstens zwölfmal hintereinander Rat fasste dann aber ganz zierlich Fräulein Entchens Hand und führte sie durch den Garten nach dem seidenen Palast mit einem blieb Fräulein Entchen wie in den Boden gewurzelt stehen als die Vorhänge des Eingangs aufrollten und sich ihr die Aussicht eines unabsehbaren Gemüsegartens erschloss von solcher Herrlichkeit wie sie auch in den schönsten Träumen von blühendem Kohl und Kraut keinen jemals erblickt das grünte und blühte alles was nur Kraut und Kohl und Rüben und Salat und Erbsen und und solcher bracht das ist gar nicht zu sagen die Musik von Pfeifen und Trommeln und Zimbeln ertönte stärker und die vier artigen Herren die Fräulein Entchen schon kennengelernt nämlich der Herr von Schwarzrettich der Monsieur de Rocambol der Signor de Brocoli und der Pan Kapustovic nahten sich unter vielen zeremoniösen Bücklingen Meine Kammerherren sprach Porphyrio von Ockerodastes lächelnd und führte indem die genannten Kammerherren voranschritten Fräulein Entchen durch die Doppelreihe welche die rote englische Karottengarde bildete bis in die Mitte des Feldes wo sich ein hoher prächtiger Thron erhob um Um diesen Thron waren die Großen des Reiches versammelt die Salatprinzen mit den Bohnen Prinzessinnen die Gurkenherzoge mit den Melonen Fürsten an ihrer Spitze die Kopfkohlminister die Zwiebel- und Rübengeneralitäten die Federkohldamen etc. alle in den glänzendsten Kleidern ihres Franges und Standes Dazwischen liefen wohl an hundert allerliebste Lavendel- und Fenchelpagen umher und verbreiteten süße Gerüche Als Ockerodastes mit Fräulein Entchen den Thron bestiegen winkte der Oberhofmarschall Turnips mit seinem langen Stabe und sogleich schwieg die Musik und alles horchte in stiller Ehrfurcht Da erhob Ockerodastes seine Stimme und sprach sehr feierlich Meine getreuen und sehr lieben Untertanen seht hier an meiner Seite das edle Fräulein Anna von Zabeltau das ich zu meiner Gemahlin erkoren Reich an Schönheit und Tugend hat sie euch schon lange mit mütterlich liebenden Augen betrachtet ja euch weiche fette Lager bereitet und gehegt und gepflegt sie wird euch stets eine treue würdige Landesmutter sein und bleiben bezeigt jetzt den ehrerbietigen Beifall sowie ordnungsmäßigen Jubel über die Wohltat die ich im Begriffe stehe euch huldvoll zufließen zu lassen Auf ein zweites Zeichen des Oberhofmarschalls Turnips ging nun ein tausendstimmiger Jubel los Die Bollen Artillerie feuerte ihre Geschütze ab und die Musik der Karottengarde spielte das bekannte Festlied Salat Salat und grüne Petersilie Es war ein erhabener Moment der den Großen des Reiches vorzüglich aber den Federkuhldamen Tränen der Wonne entlockte Fräulein Entchen hatte beinahe auch alle Fassung verloren als sie gewahrte dass der Kleine eine von Diamanten funkelnde Krone auf dem Haupte in der Hand aber ein goldenes Zepter trug Ei sprach sie indem sie voll erstaunen die Hände zusammenschlug Ei du Herr Jemine Sie sind ja wohl viel mehr als Sie scheinen mein lieber Herr von Corduan Spitz angebetete Anna erwiderte Okerodastis sehr sanft die Gestirne zwangen mich bei ihrem Herrn Vater unter einem erborgten Namen zu erscheinen erfahren Sie bestes Kind dass ich einer der mächtigsten Könige bin und ein Reich beherrsche dessen Grenzen gar nicht zu entdecken sind da sie auf der Karte zu illuminieren vergessen worden es ist der Gemüsekönig Daukus Carotta der Erste der ihnen o süßeste Anna seine Hand und seine Krone darreicht alle Gemüsefürsten sind meine Vasallen und nur einen einzigen Tag im Jahre regiert nach einem uralten Herkommen der Bohnenkönig also rief Fräulein Ennchen freudig also eine Königin soll ich werden und diesen herrlichen prächtigen Gemüsegarten besitzen König Daukus Carotta versicherte nochmals dass dies allerdings der Fall sei und fügte hinzu dass seiner und ihrer Herrschaft alles Gemüse unterworfen sein werde das nur Empor keime aus der Erde sowas hatte nun Fräulein Ennchen wohl gar nicht erwartet und sie fand dass der kleine Korduan Spitz seit dem Augenblick als er sich in den König Daukus Carotta den ersten umgesetzt gar nicht mehr so hässlich war als vorher und dass ihm Krone und Zepter sowie der Königsmantel ganz ungemeinartig standen rechnen rechnete 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 noch fräulein und 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 morgenden tages die Hochzeit gefeiert werden könne König Daukus erwiderte indessen dass so sehr ihn die Sehnsucht der angebeteten Braut entzücke er doch gewisser konstellationen halber sein Glück noch verschieben müsse der Herr Dapsul von Zabeltau dürfe nämlich für jetzt den königlichen Stand seines Eidams durchaus nicht erfahren da sonst die Operationen die die gewünschte Verbindung mit der Sulfide Nehahila bewirken sollten gestört werden könnten über dem habe er auch dem Herrn Dapsul von Zabeltau versprochen dass beide Vermählungen an einem Tag gefeiert werden sollten Fräulein Enchen musste feierlich geloben dem Herrn Dapsul von Zabeltau auch nicht eine Silbe davon zu verraten was sich mit ihr begeben sie verließ dann den seidenen Palast unter dem lauten lärmenden Jubel das durch ihre Schönheit durch ihr leutseliges herablassendes Betragen ganz in Wonne berauschten Volks Im Traume sah sie das Reich des allerliebsten Königs Daucus Carotta noch einmal und schwamm in lauter Seligkeit Der Brief werden welch ein Gedanke ich kann es noch gar nicht begreifen daß ich auf der Stelle unsinnig geworden bin und irgendeinen fürchterlichen grausamen Spektakel gemacht habe doch floh ich ergrimmend über mein todbringendes Verhängnis die Menschen und lief gleich nach Tische ohne wie sonst Billard zu spielen hinaus in den Wald wo ich die Hände rang und tausendmal deinen Namen rief es fing gewaltig an zu regnen und ich hatte gerade eine ganz neue Mütze von rotem Samt mit einer prächtigen goldenen Trottel aufgesetzt die Leute sagen daß noch keine Mütze mir so zu Gesicht gestanden als diese der Regen konnte das Prachtstück des Geschmackes verderben doch was frägt die Verzweiflung der Liebe nach Mützen nach Samt und Gold so lange lief ich umher bis ich ganz durchnässt und durchkältet war und ein entsetzliches Bauch grimmen fühlte das trieb mich in das nahegelegene Wirtshaus wo ich mir eine Pfeife deines himmlischen Virginias rauchte bald fühlte ich mich von einer göttlichen Begeisterung erhoben ich riß meine Brieftasche hervor und warf in aller Schnelle ein Dutzend herrliche Gedichte hin und o wunderbare Gabe der Dichtkunst beides war verschwunden Liebesverzweiflung und Bauchgrimmen nur das letzte dieser Gedichte will ich dir mitteilen und auch dich o Zierde der Jungfrauen wird wie mich freudige Hoffnung erfüllen winde mich in Schmerzen ausgelöscht im Herzen sind die Liebeskerzen mag nie wieder scherzen doch der Geist erneigt sich Wort und Reim erzeugt sich schreibe Verslein nieder froh bin ich gleich wieder tröstend in den Herzen Flammen Liebeskerzen weg sind alle Schmerzen mag auch freundlich scherzen Ja meine süße Anna bald eile ich ein schützender Ritter herbei und entreiße dich dem Bösewicht der dich mir rauben will damit du indessen bis dahin nicht verzweifelst schreibe ich dir einige göttliche trostreiche Kernsprüche aus meines herrlichen Meisters Schatzkästlein her du magst dich daran erlauben die Brust wird weit dem Geiste wachsen Flügel sei Herz Gemüt doch lustger Eulenspiegel Liebe kann die Liebe hassen Zeit auch wohl die Zeit verpassen Die Lieb ist Blumenduft ein Sein ohne Unterlass O Jüngling wasch den Pelz doch mach ihn ja nicht nass Sagst du im Winter weht frostiger Wind warm sind doch Mäntel wie Mäntel nun sind welch göttliche erhabene überschwängliche Maximen und wie einfach wie anspruchslos wie körnigt ausgedrückt nochmals also meine süßeste Maid sei getrost trage mich im Herzen wie sonst es kommt es rettet dich es drückt dich an seine im Liebessturm wogende Brust dein getreuester Armandus von Nebelstern Nachschrift herausfordern kann ich den Herrn von Corduan Spitz auf keinen Fall denn o Anna jeder Tropfen Bluts der deinem Armandus entquillen könnte bei dem feindlichen Angriff eines erwogenen Gegners ist herrliches Dichter Blut der Ichor der Götter der nicht verspritzt werden darf Die Welt hat den gerechten Anspruch dass ein Geist wie ich sich für sie schone auf alle mögliche Weise konserviere Das Dichterschwert ist das Wort der Gesang Ich will meinem Nebenbuhler auf den Leib fahren mit tyrthäischen Schlachten Liedern ihn niederstoßen mit spitzen Epigrammen ihn niederhauen mit Dathyramben voll Liebeswut Das sind die Waffen des echten wahren Dichters die immer da siegreich ihn sicherstellen gegen jeden Angriff und so gewaffnet und gewappnet werde ich erscheinen und mir deine Hand erkämpfen o Anna Lebe wohl nochmals drücke ich dich an meine Brust hoffe alles von meiner Liebe und vorzüglich von meinem Heldenmut der keine Gefahr scheuen wird dich zu befreien aus den schändlichen Netzen in die dich allem Anschein nach ein dämonischer Unhold verlockt hat Fräulein Ennchen erhielt diesen Brief als sie gerade mit dem bräutigamlichen König Daukus Carotta dem Ersten auf der Wiese hinter dem Garten Haschemännchen spielte und große Freude hatte wenn sie sich in vollem Laufe schnell niederduckte und der kleine König über sie wegschoss aber aber nicht wie sonst steckte sie das schreiben des geliebten ohne es zu lesen in die tasche und wir werden gleich sehen dass es zu spät gekommen gar nicht begreifen konnte Herr Dapsul von Zabeltau wie Fräulein Ennchen ihren Sinn so plötzlich geändert und den Herrn Porphyrio von Ockerodastis den sie erst so abscheulich gefunden lieb gewonnen hatte Er befragte darüber die Gestirne da diese ihm aber auch keine befriedigende Antwort gaben so musste er dafür halten dass das Menschensinn unerforschlicher sei als alle Geheimnisse des Weltalls und sich durch keine Konstellation erfassen lasse dass nämlich bloß die höhere Natur des Bräutigams auf Ennchen zur Liebe gewirkt haben sollte konnte er da es dem Kleinen an Leibesschönheit gänzlich mangelte nicht annehmen war wie der geneigte Leser schon vernommen der Begriff von Schönheit wie ihn Herr Dapsul von Zabeltau statuierte auch himmelweit von dem Begriff verschieden wie ihn junge Mädchen in sich tragen so hat er doch wenigstens so viel irdische Erfahrung um zu wissen dass besagte Mädchen meinen Verstand Witz Geist Gemüt seien gute Mietsleute in einem schönen Haus und dass sein Mann dem ein modischer Frack nicht zum Besten stehe und sollte er sonst ein Shakespeare ein Goethe ein Tieg ein Friedrich Richter sein Gefahr läuft von 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 jedem Zabeltau nicht Zabeltau vermutet werden zumal ihn auch hier die Gestirne im Stich ließen Man Um 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 Zeit kam dann auch Herr Porphyrio von Ocarodastes aus seinem Seidenen Palast hervor und ließ sich von Fräulein Entchen mit Butterbrot füttern Ach ach kicherte Fräulein Entchen ihm oft ins Ohr Ach ach wenn Papa wüsste dass sie eigentlich ein König sind bester Corduanspitz Halte dich Herz erwiderte Daukus Karotter der Erste Halte dich Herz und vergehe nicht in Wonne Na Na ist dein Freudentag Es begab sich dass der Schulmeister dem Fräulein Entchen einige Bund der herrlichsten Radiese aus seinem Garten verehrt hatte dem Fräulein Entchen war das über allemaßen lieb da der Herr Dapsul von Zabeltau sehr gern Radiese aß Entchen aber aus dem Gemüsegarten über denen der Palast erbaut war nichts entnehmen konnte über dem fiel ihr aber auch jetzt erst ein dass sie unter den mannigfaltigsten Kräutern und Wurzeln im Palast nur allein Radiese nicht gewahrt hatte Fräulein Entchen putzte die geschenkten Radiese schnell ab und trug sie dem Vater auf zum Frühstück Schon hatte Herr Dapsul von Zabeltau mehreren unbarmherzig die Blätterkrone weggeschnitten sie ins Salzfaß gestippt und vergnüglich verzehrt als Corduanspitz hereintrat O mein Ocherodastes genießen sie Radiese so rief ihm Herr Dapsul von Zabeltau entgegen Es lag noch ein großer vorzüglich schöner Radies auf dem Teller Kaum erblickte Corduanspitz aber diesen als seine Augen grimmig zu funkeln begannen und er mit fürchterlich dröhnender Stimme rief Was unwürdiger Herzog ihr wagt es noch vor meinen Augen zu erscheinen ja euch mit verruchter Unverschämtheit einzudrängen in ein Haus das beschirmt wird von meiner Macht habe ich euch der mir den rechtmäßigen Thron streitig machen wollte nicht verbannt auf ewige Zeiten fort fort mit euch ihr verräterischer Basall dem Radies waren plötzlich zwei Beinchen unter dem dicken Kopf gewachsen mit denen er schnell aus dem Teller hinab sprang dann stellte er sich dicht hin vor Corduan Spitz und ließ sich also vernehmen trausamer grausamer daukus karotter der erste der du vergebens trachtest meinen stamm zu vernichten hat je einer deines geschlechts einen solchen großen Kopf gehabt als ich und meine verwandten verstand weisheit scharf sin courtoisie mit allem dem sind wir begabt und während ihr euch herumtreibt in küchen und in stellen und nur in hoher jugend etwas geltet so dass recht eigentlich der diable de la jeunesse nur euer schnell vorüberfliegendes glück gemacht so genießen wir des umgangs hoher personen und mit jubel werden wir begrüßt so wie wir nur unsere grünen häupter erheben aber ich trotze dir o daukus karotter bist du auch gleich ein ungeschlachter schlingel wie alle deines gleichen lass sehen wer hier der stärkere ist radis herzog eine lange peitsche und ging ohne weiteres dem könig daukus karotter dem ersten zu leibe dieser zog aber schnell seinen kleinen degen und verteidigte sich auf die tapferste weise in den seltsamsten tollen sprüngen balkten sich nun die beiden kleinen im zimmer umher bis daukus karotter den radis herzog so in die enge trieb dass er genötigt wurde mit einem besuchen könig daukus karotter dessen ganz ungemeine behändigkeit dem geneigten leser schon bekannt ist schwang sich aber nach und verfolgte den radis herzog über den acker herzog herzog zabelthau hatte dem schrecklichen zweikampf zugeschaut in dumpfer lautloser erstarrung nun brach er aber heulend und schreiend los o tochter anna o meine arme unglückselige tochter anna verloren ich du beide sind verloren verloren und damit lief er aus der stube und bestieg so schnell er es nur vermochte den astronomischen turn fräulein ännchen konnte gar nicht begreifen gar nicht vermuten was in aller welt den vater auf einmal in solch grenzenlose betrübnis versetzt ihr hatte der ganze auftritt ungemeines vergnügen verursacht und sie war noch in ihrem herzen froh bemerkt zu haben dass der bräutigam nicht allein stand und reichtum sondern auch tapferkeit besaß wie es denn wohl nicht leicht ein mädchen auf erden geben mag die einen feigling zu lieben im stand und sie eben von der tapferkeit des königs daukus karotter des ersten überzeugt worden fiel es ihr erst recht empfindlich auf dass herr amandus von nebelstern sich nicht mit ihm schlagen wollen hätte sie noch gewankt den herrn amandus dem könig daukus dem ersten auf zu opfern sie würde sich jetzt dazu entschlossen haben da ihr die ganze herrlichkeit ihres neuen brautstandes einleuchtete sie setzte sich flugs hin und schrieb folgenden brief lieber amandus alles in der welt kann sich ändern alles ist vergänglich sagte herr schulmeister und er hat vollkommen recht auch du mein lieber amandus bist ein viel zu weiser und gelehrter student als dass du dem herrn schulmeister nicht beipflichten und dich nur im mindesten wundern solltest wenn ich dir sage dass auch in meinem sinn und herzen sich eine kleine veränderung zugetragen du kannst es mir glauben ich bin dir noch recht sehr gut und kann es mir recht vorstellen wie hübsch du aussehen musst sie lieber amandus so gescheit du auch bist und so hübsche ferslein du auch zu machen verstehst könig wirst du doch nun und nimmermehr und erschrick nicht liebster der kleine herr von corduanspitz ist nicht der herr von corduanspitz sondern ein mächtiger könig namens daukus carota der erste der da herrscht über das ganze große gemüsereich und mich erkoren hat zu seiner königin seit der zeit daß mein lieber kleiner könig das inkognito abgeworfen ist er auch viel hübscher geworden und ich sehe jetzt erst recht ein daß der papa recht hatte wenn er behauptete daß der kopf die zierde des mannes sei und daher nicht groß genug sein könne dabei hat aber daukus carota der erste du siehst wie gut ich den schönen Namen behalten und nachschreiben kann da ihr mir ganz bekannt vorkommt ja ich wollte sagen dabei hat mein kleiner königlicher bräutigam ein so angenehmes allerliebstes betragen das ist gar nicht auszusprechen und welch einen mut welche tapferkeit besitzt der man vor meinen augen hat er den radies herzog der ein unartiger aufsässiger mensch zu sein scheint in die flucht geschlagen und hai wie er ihm nachgesprungen durchs fenster du hättest das nur sehen sollen ich glaube auch nicht daß mein daukus karotter sich aus deinen waffen etwas machen wird erscheint ein fester mann dem ferse sind sie auch noch so fein und spitzig nicht viel anhaben können nun also lieber amandus füge dich in dein schicksal wie ein frommer mensch und nimm es nicht übel daß ich nicht deine frau sondern vielmehr königin werde sei aber getrost ich werde immer deine wohl affektionierte freundin bleiben und willst du künftig bei der karotten garde oder da du nicht sowohl die waffen als die wissenschaften liebst bei der pastinacken akademie oder bei dem kürbis ministerium angestellt sein so kostet's dich nur ein wort und dein glück ist gemacht lebe wohl und sei nicht böse auf deine sonstige braut jetzt aber wohlmeinende freundin und künftige königin anna von zabeltau bald nicht mehr von zabeltau sondern bloß anna nachschrift auch mit den schönsten virginischen plättern sollst du gehörig versorgt werden du kannst dich darauf festiglich verlassen so wie ich beinah vermuten wird zwar an meinem hofe gar nicht geraucht werden deshalb sollen aber doch sogleich nicht weit vom thron unter meiner besonderen Aufsicht einige Beete mit virginischem Tabak angepflanzt werden das erfordert die Kultur und die Moral und mein Daukuschen soll darüber ein besonderes Gesetz schreiben lassen Ende von Kapitel 4 gelesen von Hokus Pokus Kapitel 5 von die Königsbraut von E.T.A. Hoffmann diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Fünftes Kapitel in welchem von einer fürchterlichen Katastrophe Nachricht gegeben und mit dem weiteren Verlauf der Dinge fortgefahren wird Fräulein Ennchen hatte gerade ihr Schreiben an den Herrn Amandus von Nebelstern fortgesendet als Herr Dapsul von Zabeltau hereintrat und mit dem weinerlichsten Ton des tiefsten Schmerzes begann O meine Tochter Anna auf welche schändliche Weise sind wir beide betrogen dieser Verruchte der dich in seine Schlinge verlockt der mir weiß machte er sei der Baron Porphyro Ockerodastes genannt Corduanspitz Sprössling jenes illustren Stammes den der überherrliche Gnom Zilmenech im Bündnis schuf mit der edlen corduanischen Äbtissin dieser Verruchte erfahre es und sinke ohnmächtig nieder er ist selbst ein Gnom aber jenes niedrigsten Geschlechts das die Gemüse bereitet jener Gnom Zilmenech war von dem edelsten Geschlecht nämlich von dem dem die Pflege der Diamanten anvertraut ist dann kommt das Geschlecht derer die im Reich des Metallkönigs die Metalle bereiten dann folgen die Blumisten die deshalb nicht so vornehm sind weil sie von den Sylphen abhängen die schlechtesten und unedelsten aber sind die Gemüsegnome und nicht allein dass der betrügerische Corduanspitz ein solcher Gnom ist nein er ist König dieses Geschlechts und heißt Daucus Carotta Fräulein Ennchen sank keineswegs in Ohnmacht erschrak auch nicht im Allermindesten sondern lächelte den lamentierenden Papa ganz freundlich an der geneigte Leser weiß schon warum als nun aber der Herr Dapsul von Zabeltau sich darüber höchlich wunderte und immer mehr in Fräulein Ennchen drang doch nur um des Himmels Willen ihr fürchterliches Geschick einzusehen und sich zu grämen da glaubte Fräulein Ennchen nicht länger das ihr anvertraute Geheimnis bewahren zu dürfen sie erzählte dem Herrn Dapsul von Zabeltau wie der sogenannte Herr Baron von Corduanspitz ihr längst selbst seinen eigentlichen Stand entdeckt und seit der Zeit ihr so liebenswürdig vorgekommen sei dass sie durchaus gar keinen anderen Gemahl wünsche sie beschrieb dann ferner all die wunderbaren Schönheiten des Gemüsereichs in das sie König Daukus Karotter der Erste eingeführt und vergaß nicht die seltsame Anmut der mannigfachen Bewohner dieses großen Reichs gehörig zu rühmen Herr Dapsul von Zabeltau schlug einmal über das andere die Hände zusammen und weinte sehr über die tückische Bosheit des Gnomenkönigs der die künstlichsten ja für ihn selbst gefährlichsten Mittel angewandt die unglückselige Anna hinabzuziehen in sein finstres dämonisches Reich so herrlich, erklärte jetzt Herr Dapsul von Zabeltau der aufhorchenden Tochter so herrlich, so ersprießlich die Verbindung irgendeines Elementargeistes mit dem menschlichen Prinzip sein könne so sehr die Ehe des Gnomen Zilmener mit der Magdalena de la Croix davon ein Beispiel gebe weshalb denn auch der verräterische Daukus Karotter ein Sprössling dieses Stammes zu sein behauptet so ganz anders verhalte es sich doch mit den Königen und Fürsten dieser Geistervölkerschaften wären die Salamanderkönige bloß zornig die Sylphenkönige bloß hoffertig die Undinenköniginnen bloß sehr verliebt und eifersüchtig so wären dagegen die Gnomenkönige tückisch, boshaft und grausam bloß um sich an den Erdenkindern zu rächen die ihnen Vasallen entführten, trachteten sie danach irgendeines zu verlocken, das dann die menschliche Natur ganz ablegen und ebenso missgestaltet wie die Gnomen selbst hinunter müssten in die Erde und nie wieder zum Vorschein kommen Fräulein Ennchen schien all das Nachteilige, dessen Herr Dapsul von Zabeltau ihren lieben Daukus beschuldigte, gar nicht recht glauben zu wollen vielmehr begann sie noch einmal von den Wundern des schönen Gemüsereichs zu sprechen über das sie nun bald zu herrschen gedenke Verblendetes, rief aber nun Herr Dapsul von Zabeltau voller Zorn Verblendetes, törichtes Kind Trauest du deinem Vater nicht so viel kabbalistische Weisheit zu dass er nicht wissen soll, wie alles, was der verruchte Daukus Karotta dir vorgegaukelt hat nichts ist als Lug und Trug doch du glaubst mir nicht um dich, mein einziges Kind zu retten, muss ich dich überzeugen diese Überzeugung verschaffe ich dir aber nur durch die verzweifelsten Mittel komm mit mir zum zweiten Mal musste nun Fräulein Ennchen mit dem Papa den astronomischen Turm besteigen aus einer großen Schachtel holte Herr Dapsul von Zabeltau eine Menge rotes, gelbes, weißes und grünes Band hervor und umwickelte damit unter seltsamen Zeremonien Fräulein Ennchen von Kopf bis zu Fuß mit sich tat er ein Gleiches und nun nahten beide, Fräulein Ennchen und der Herr Dapsul von Zabeltau sich behutsam dem seidenen Palast des Königs Daukus Karotta des Ersten Fräulein Ennchen musste auf Geheiß des Papas mit der mitgebrachten feinen Schere eine Naht auftrennen und durch die Öffnung hineingucken hilf Himmel, was erblickte sie statt des schönen Gemüsegartens statt der Karottenparade, der Plümage-Damen, der Lavendelpagen der Salatprinzen und alles dessen, was ihr so wunderbar und herrlich erschienen war in einen tiefen Pfuhl sah sie hinab, der mit einem farblosen, ekelhaften Schlamm erfüllt schien und in diesem Schlamm regte und bewegte sich allerlei hässliches Volk aus dem Schoß der Erde. Dicke Regenwürmer ringelten sich langsam durcheinander während käferartige Tiere ihre kurzen Beine ausstreckend, schwerfällig fortkrochen. Auf ihrem Rücken trugen sie große Zwiebel, die hatten aber hässliche menschliche Gesichter und grinsten und schielten sich an mit trüben, gelben Augen und suchten sich mit den kleinen Krallen, die ihnen dicht an die Ohren gewachsen waren, bei den langen, krummen Nasen zu packen und hinunterzuziehen in den Schlamm, während lange, nackte Schnecken in ekelhafter Trägheit sich durcheinander wälzten und ihre langen Hörner emporstreckten aus der Tiefe. Fräulein Ennchen wäre bei dem scheußlichen Anblick vor Grauen bald in Ohnmacht gesunken. Sie hielt beide Hände vors Gesicht und rannte schnell davon. »Siehst du nun wohl«, sprach darauf Herr Dapsul von Zabeltau zu ihr, »siehst du nun wohl, wie schändlich dich der abscheuliche Daukus Karotta betrogen hat, da er dir eine Herrlichkeit gezeigt, die nur ganz kurze Zeit dauert?« Oh, Festkleider ließ er seinen Vasallen anziehen und Staatsuniformen seine Garten, um dich zu verlocken mit blendender Pracht. Aber nun hast du das Reich im Negligee geschaut, das du beherrschen wirst, und bist du nun einmal die Gemahlin des entsetzlichen Daukus Karotta, so musst du in dem unterirdischen Reiche bleiben und kommst nie mehr auf die Oberfläche der Erde. Und wenn, ach, ach, was muss ich erblicken, ich Unglückseligster der Väter!« Der Herr Dapsul von Zabeltau geriet nun plötzlich so außer sich, dass Fräulein Ennchen wohl erraten konnte, es müsse noch ein neues Unglück im Augenblick hereingebrochen sein. Sie fragte ängstlich, worüber denn der Papa so entsetzlich lamentiere. Der konnte aber vor lauter Schluchzen nichts als stammeln, »O, O, To-, To-, Tochter, wie sie, siehst du, a, a, aus?« Fräulein Ennchen rannte ins Zimmer, sah in den Spiegel und fuhr zurück, von jähem Todesschreck erfasst. Sie hatte Ursache dazu. Die Sache war eben diese. Eben als Herr Dapsul von Zabeltau, der Braut des Königs Daukus Karotta, die Augen öffnen wollte über die Gefahr, in der sie schwebe, nach und nach ihr Aussehen, ihre Gestalt zu verlieren und sich allmählich umzuwandeln in das wahrhafte Bild einer Gnomenkönigin, da gewahrte er, was schon Endsetzliches geschehen. Viel dicker war Ennchens Kopf geworden und Safrangelb ihre Haut, sodass sie jetzt schon hinlänglich garstig erschien. War nun auch Fräulein Ennchen nicht gar besonders eitel, so fühlte sie sich doch Mädchen genug, um einzusehen, daß häßlich werden das allergrößte entsetzliche Unglück sei, das einen Hinniden treffen könne. Wie oft hatte sie an die Herrlichkeit gedacht, wenn sie künftig als Königin mit der Krone auf dem Haupt in atlassenden Kleidern mit Diamanten und goldenen Ketten und Ringen geschmückt, in der achtspännigen Karosse an der Seite des königlichen Gemahls sonntags nach der Kirche fahren und alle Weiber, die des Schulmeisters nicht ausgenommen, in Erstaunen setzen, ja auch wohl der stolzen Gutsherrschaft des Dorfes, zu dessen Kirchspiele Dapsulheim gehörte, Respekt einflößen werde. Ja, wie oft hatte sie sich in solchen und anderen exzentrischen Träumen gewiegt. Fräulein Ennchen zerfloss in Tränen. Anna, meine Tochter Anna, komm sogleich zu mir herauf! So rief Dapsul von Zabeltau durch das Sprachrohr herab. Fräulein Ennchen fand den Papa angetan mit einer Art von Bergmannstracht. Er sprach mit Fassung. Gerade wenn die Not am größten, ist die Hilfe oft am nächsten. Daucus Carotta wird, wie ich soeben ermittelte, heute, ja wohl bis morgen Mittag nicht seinen Palast verlassen. Er hat die Prinzen des Hauses, die Minister und andere Große des Reichs versammelt, um Rat zu halten über den künftigen Winterkohl. Die Sitzung ist wichtig und wird vielleicht so lange dauern, dass wir dieses Jahr gar keinen Winterkohl bekommen werden. Diese Zeit, wenn Daucus Carotta in seine Regierungsarbeit vertieft auf mich und meine Arbeit nicht zu merken vermag, will ich benutzen, um eine Waffe zu bereiten, mit der ich vielleicht den schändlichen Gnom bekämpfe und besiege, sodass er entweichen und dir die Freiheit lassen muss. Blicke, während ich hier arbeite, unverwandt durch diesen Tubus nach dem Gezelt und melde es mir unversäumt, wenn du bemerkst, dass jemand hinausschaut oder gar hinausschreitet. Fräulein Ennchen tat, was ihr geboten. Das Gezelt blieb aber verschlossen. Nur vernahm sie, unerachtet Herr Dapsul von Zabeltau, wenige Schritte hinter ihr stark auf Metallplatten hämmerte, oft ein wildes, verwirrtes Geschrei, das aus dem Gezelt zu kommen schien, und dann helle, klatschende Töne, gerade als würden Ohrfeigen ausgeteilt. Sie sagte das dem Herrn Dapsul von Zabeltau, der war damit sehr zufrieden und meinte, je toller sie sich dort drinnen untereinander zankten, desto weniger könnten sie bemerken, was draußen geschmiedet würde zu ihrem Verderben. Nicht wenig verwunderte sich Fräulein Ennchen, als sie gewahrte, dass der Herr Dapsul von Zabeltau ein paar ganz allerliebste Kochtöpfe und eben solche Schmorpfannen aus Kupfer gehämmert hatte. Als Kennerin überzeugte sie sich, dass die Verzinkung außerordentlich gut geraten, dass der Papa daher die den Kupferschmieden durch die Gesetze auferlegte Pflicht gehörig beobachtet hatte und fragte, ob sie das feine Geschirr nicht mitnehmen können zum Gebrauch in der Küche. Da lächelte aber Herr Dapsul von Zabeltau geheimnisvoll und erwiderte weiter nichts als »Zur Zeit, zur Zeit, meine Tochter Anna, geh jetzt herab, mein geliebtes Kind, und erwarte ruhig, was sich morgen weiteres in unserem Haus begeben wird.« Herr Dapsul von Zabeltau hatte gelächelt, und das war es, was dem unglückseligen Ennchen Hoffnung einflößte und Vertrauen. Andern Tags, als die Mittagszeit nahte, kam Herr Dapsul von Zabeltau herab mit seinen Kochtöpfen und Schmorpfannen, begab sich in die Küche und gebot dem Fräulein Ennchen nebst der Markt hinauszugehen, da er allein heut' das Mittagsmahl bereiten wolle. Dem Fräulein Ennchen legte er es besonders ans Herz, gegen den Korduanspitz, der sich wohl bald einstellen werde, so artig und liebevoll zu sein als nur möglich. Korduanspitz, oder vielmehr König Daukus Karotta I., kam auch wirklich bald, und hatte er sonst schon verliebt genug getan, so schien er heute ganz entzücken und wonne. Zu ihrem Entsetzen bemerkte Fräulein Ennchen, dass sie schon so klein geworden, dass Daukus sich ohne große Mühe auf ihren Schoß schwingen und sie herzen und küssen konnte, welches die Unglückliche dulden musste, trotz ihres tiefen Abscheus gegen den kleinen, abscheulichen Unhold. Endlich trat er Dapsul von Zabeltau ins Zimmer und sprach, »O mein vortrefflicher Porphyrio von Ocherodastes, möchten Sie nicht mit mir und meiner Tochter in die Küche gehen, um zu beobachten, wie schön und wirklich ihre künftige Gemahlin alles darin eingerichtet hat?« Noch niemals hatte Fräulein Ennchen in des Papas Antlitz den hämischen, schadenfrohen Blick bemerkt, mit dem er den kleinen Daukus am Arm faßte und beinahe mit Gewalt hinauszog aus der Stube in die Küche. Fräulein Ennchen folgte auf den Wink ihres Vaters. Das Herz kochte dem Fräulein Ennchen im Leibe, als sie das herrliche, knisternde Feuer, die glühenden Kohlen, die schmucken, kupfernen Kochtöpfe und Schmorpfannen auf dem Herde bemerkte. So wie der Herr Dapsul von Zabeltau den Korduanspitz dicht herangeführt an den Herd, da begann es stärker und stärker in den Töpfen und Pfannen zu zischen und zu brodeln, und das Zischen und Brodeln wurde zu ängstlichem Winseln und Stöhnen. Aus einem Kochtopf heulte es heraus, »O Daukus Karotta, o mein König, rette deinen treuen Vasallen, rette uns arme Moorrüben!« Zerschnitten und in schnödes Wasser geworfen, mit Butter und Salz gefüttert zu unserer Qual, schmachten wir in unnennbarem Leid, dass edle Petersilienjünglinge mit uns teilen. Aus der Schmorpfanne klagte es, »O Daukus Karotta, mein König, rette deine getreuen Vasallen, rette uns arme Moorrüben! In der Hölle braten wir, und so wenig Wasser gab man uns, dass der fürchterliche Durst uns zwingt, unser eigenes Herzblut zu trinken!« Und aus einem anderen Kochtopf wimmerte es wieder, »O Daukus Karotta, o mein König, rette deine treuen Vasallen, rette uns arme Moorrüben!« Ausgehöhlt hat uns ein grausamer Koch unser Innerstes zerhackt und mit allerlei fremdartigem Zeug von Eiern, Sahne und Butter wieder hineingestopft, sodass alle unsere Gesinnungen und sonstige Verstandeskräfte in Konfusion geraten und wir selbst nicht mehr wissen, was wir denken. Und nun heulte und schrie es aus allen Kochtöpfen und Schmorpfannen durcheinander, »O Daukus Karotta, mächtiger König, rette, o rette deine treuen Vasallen, rette uns arme Moorrüben!« Da kreischte Korduanspitz laut auf, »Verfluchtes dummes Narrenspiel«, schwang sich mit seiner gewöhnlichen Behändigkeit auf den Herd, schaute in einen der Kochtöpfe und plumpte plötzlich hinein. Rasch sprang Herr Dapsul von Zabeltau hinzu und wollte den Deckel des Topfes schließen, indem er aufjauchzte, »Gefangen!« Doch mit der Schnellkraft einer Spiralfeder fuhr Korduanspitz aus dem Topf in die Höhe und gab dem Herrn Dapsul von Zabeltau ein paar Maulschellen, daß es krachte, indem er rief, »Einfältiger naseweiser Kabbalist, dafür sollst du büßen! Heraus, heraus, ihr Jungen allzumal!« Und da brauste es aus allen Töpfen, Tiegeln und Pfannen heraus wie das wilde Heer, und hundert und hundert kleine, fingerlange, garstige Kerlchen hakten sich fest in dem ganzen Leib des Herrn Dapsul von Zabeltau und warfen ihn rücklings nieder in eine große Schüssel und richteten ihn an, indem sie aus allen Geschirren die Brühen über ihn ausgossen und mit gehackten Eiern Muskatblüten und geriebener Semmel bestreuten. Darauf schwang sich Daukus Karotta zum Fenster hinaus, und seine Vasallen taten ein Gleiches. Entsetzt sang voll ein Entchen bei der Schüssel nieder, auf der der arme Papa angerichtet lag. Sie hielt ihn für tot, da er durchaus nicht das mindeste Lebenszeichen von sich gab. Sie begann zu klagen, »Ach, mein armer Papa, ach, nun bist du tot, und nichts rettet mich mehr vom höllischen Daukus!« Da schlug aber Herr Dapsul von Zabeltau die Augen auf, sprang mit verjüngter Kraft aus der Schüssel und schrie mit einer entsetzlichen Stimme, wie sie Fräulein Ennchen noch niemals von ihm vernommen, »Ha, verruchter Daukus Karotta, noch sind meine Kräfte nicht erschöpft! Bald sollst du fühlen, was der einfältige, naseweise Kabbalist vermag!« Schnell musste Fräulein Ennchen ihm mit dem Küchenbesen die gehackten Eier, die Muskatblüten, die geriebenen Semmeln abkehren. Dann ergriff er einen kupfernen Kochtopf, stülpte ihn wie einen Helm auf den Kopf, nahm eine Schmorpfanne in die linke, in die rechte aber einen großen, eisernen Küchenlöffel und sprang, so gewappnet und gewaffnet, hinaus ins Freie. Fräulein Ennchen gewahrte, wie Herr Dapsul von Zabeltau im gestreckten Lauf nach Korduanspitzes Gezelt rannte und doch nicht von der Stelle kam. Darüber vergingen ihr die Sinne. Als sie sich erholte, war Herr Dapsul von Zabeltau verschwunden, und sie geriet in entsetzliche Angst, als er den Abend, die Nacht, ja, den anderen Morgen nicht wiederkehrte. Sie musste den noch schlimmeren Ausgang eines neuen Unternehmens vermuten. Ende von Kapitel 5 Gelesen von Hokus Pokus Kapitel 6 von Die Königsbraut von E.T.A. Hoffmann Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Sechstes Kapitel Welches das Letzte und zugleich das Erbaulichste ist von allen In tiefes Leid versenkt, saß Fräulein Ennchen einsam in ihrem Zimmer, als die Türe aufging und niemand anders hineintrat, als der Herr Amandus von Nebelstern. Ganz Reue und Scham vergoss Fräulein Ennchen einen Tränenstrom und bat in den kläglichsten Tönen, »O mein Herz allerliebster Amandus, verzeih doch nur, was ich dir in meiner Verblendung geschrieben. Aber ich war ja verhext und bin es wohl noch. Rette mich, rette mich, mein Amandus. Gelb sehe ich aus und garstig, das ist Gott geklagt. Aber mein treues Herz habe ich bewahrt und will keine Königsbraut sein.« »Ich weiß nicht«, erwiderte Amandus von Nebelstern, »ich weiß nicht, worüber Sie so klagen, mein bestes Fräulein, da Ihnen das Schönste und Herrlichste losbeschieden.« »Oh, spotte nicht«, rief Fräulein Ennchen, »ich bin für meinen einfältigen Stolz, eine Königin werden zu wollen, hart genug bestraft.« »In der Tat«, sprach Herr Amandus von Nebelstern weiter, »ich verstehe Sie nicht, mein teures Fräulein. Soll ich aufrichtig sein, so muss ich sagen, dass ich über Ihren letzten Brief in Wut geriet und Verzweiflung. Ich prügelte den Burschen, dann den Pudel, zerschmiss einige Gläser. Und Sie wissen, mit einem racheschnaubenden Studenten treibt man keinen Spaß. Nachdem ich mich aber ausgetobt, beschloss ich, hierher zu eilen und mit eigenen Augen zu sehen, wie, warum und an wen ich die geliebte Braut verloren. Die Liebe kennt nicht Stand, nicht Rang. Ich wollte selbst den König Daucus Carotta zur Rede stellen und ihn fragen, ob das Tusch sein solle oder nicht, wenn er meine Braut heirate.« Alles gestaltete sich hier indessen anders. Als ich nämlich bei dem schönen Gezelt vorüberging, das draußen aufgeschlagen, trat König Daucus Carotta aus demselben heraus, und bald gewahrte ich, dass ich den liebenswürdigsten Fürsten vor mir hatte, den es geben mag, wie wohl mir bis jetzt noch eben keiner vorgekommen. Denn, denken Sie sich, mein Fräulein, er spürte gleich in mir den sublimen Poeten, rühmte meine Gedichte, die er noch nicht gelesen, über alle Maßen, und machte mir den Antrag, als Hofpoet in seine Dienste zu gehen. Ein solches Unterkommen war seit langer Zeit meiner feurigsten Wünsche schönes Ziel. Mit tausend Freuden nahm ich daher den Vorschlag an. »O mein teures Fräulein, mit welcher Begeisterung werde ich sie besingen! Ein Dichter kann verliebt sein in Königinnen und Fürstinnen, oder vielmehr, es gehört zu seinen Pflichten, eine solche hohe Person zur Dame seines Herzens zu erkiesen, und verfällt er darüber in einigen Aberwitz, so ergibt sich eben daraus das göttliche Delirium, ohne dass keine Poesie bestehen mag. Und niemand darf sich über die vielleicht etwas seltsamen Gebärden des Dichters wundern, sondern vielmehr an den großen Tasso denken, der auch etwas am gemeinen Menschenverstand gelitten haben soll, da er sich verliebt hatte in die Prinzessin Leonore Dest. »Ja, mein teures Fräulein, sind Sie auch bald eine Königin, so sollen Sie doch die Dame meines Herzens bleiben, die ich bis zu den hohen Sternen erheben werde, in den sublimsten, göttlichsten Versen.« »Wie, du hast ihn gesehen, den hämischen Kobold, und er hat«, so brach Fräulein Ennchen los im tiefsten Erstaunen, doch in dem Augenblick trat er selbst, der kleine, gnomische König hinein, und sprach mit dem zärtlichsten Ton, »O meine süße, liebe Braut, Abgott meines Herzens, fürchten Sie ja nicht, dass ich der kleinen Unschicklichkeit halber, die Herr Dapsul von Zabeltau begangen, zürne. Nein, schon deshalb nicht, weil eben dadurch mein Glück befördert worden, sodass, wie ich gar nicht gehofft, schon morgen meine feierliche Vermählung mit Ihnen holdeste erfolgen wird. Gern werden Sie es sehen, dass sich den Herrn Amandus von Nebelstern zu unserem Hofpoeten erkoren, und ich wünsche, dass er gleich eine Probe seines Talents ablege und uns eins vorsingen möge. Wir wollen aber in die Laube gehen, denn ich liebe die freie Natur, und werde mich auf ihren Schoß setzen, und Sie können mich, geliebteste Braut, während des Gesangs etwas am Kopf grauen, welches ich gerne habe bei solcher Gelegenheit.« Fräulein Ennchen ließ, erstarrt vor Angst und Entsetzen, alles geschehen. Daukus Carotta setzte sich draußen in der Laube auf ihren Schoß, sie kratzte ihn im Kopfe, und Herr Amandus von Nebelstern begann, sich auf der Gitarre begleitend, das erste der zwölf Dutzend Lieder, die er sämtlich selbst gedichtet und komponiert und in ein dickes Buch zusammengeschrieben hatte. Schade ist es, dass in der Chronik von Dapsulheim, aus der diese ganze Geschichte geschöpft, diese Lieder nicht aufgeschrieben, sondern nur bemerkt worden, dass vorübergehende Bauern stehen geblieben und neugierig gefragt, was für ein Mensch denn in der Laube des Herrn Dapsul von Zabeltau solche Qualen litte, dass er solche entsetzlichen Schmerzeslaute von sich geben müsse. Daukus Carotta wand und krümmte sich auf Fräulein Ennchens Schoß und stöhnte und winselte immer jämmerlicher, als litte er an fürchterlichem Bauchkrimmen. Auch glaubte Fräulein Ennchen zu ihrem nicht geringen Erstaunen zu bemerken, dass Corduanspitz während des Gesangs immer kleiner und kleiner wurde. Endlich sang Herr Amandus von Nebelstern, das einzige Lied steht wirklich in der Chronik, folgende sublime Verse. Ha, wie singt der Sänger froh, Blütendüfte, blanke Träume, ziehn durch ros'ge Himmelsräume. Selig, himmlisch irgendwo, ja, du goldenes Irgendwo, schwebst im holden Regenbogen, hauses dort auf Blumenwogen, bis ein kindliches Soso, hell gemüht, ein Herz Soso, mag nur lieben, mag nur glauben, tändeln, girren mit den Tauben, und was singt der Sänger froh? Seligem, fernem Irgendwo zieht er nach durch goldene Räume, ihn umschweben süße Träume, und er wird ein ewiges Soh. Geht ihm auf der Sehnsucht wo, lodern bald die Liebesflammen, Gruß und Kuss und Traut zusammen, und die Blüten, Düfte, Träume, Lebens, Liebens, Hoffens, Keime, und laut kreischte Daukus Karotte auf, schlüpfte zu einem kleinen, kleinen Moorrübchen geworden, herab von Ennchens Schoß und in die Erde hinein, sodass er in einem Moment spurlos verschwunden. Da stieg auch der graue Pilz, der dicht neben der Rasenbank in der Nacht gewachsen schien, in die Höhe. Der Pilz war aber nichts anders als die graue Filzmütze des Herrn Dapsul von Zabeltau, und er selbst steckte darunter und fiel dem Herrn Amandus von Nebelstern stürmisch an die Brust und rief in der höchsten Ekstase, »O mein teuerster, bester, geliebtester Herr Amandus von Nebelstern! Sie haben mit ihren kräftigen Beschwörungsgedichten meine ganze kabbalistische Weisheit zu Boden geschlagen. Was die tiefste magische Kunst, was der kühnste Mut des verzweifelten Philosophen nicht vermochte, das gelang ihren Versen, die wie das stärkste Gift dem verräterischen Daucus Carotta in den Leib fuhren, sodass er trotz seiner gnomischen Natur vor Bauchgrimmen elendiglich umkommen müssen, wenn er sich nicht schnell gerettet hätte in sein Reich. Befreit ist meine Tochter Anna, befreit bin ich von dem schrecklichen Zauber, der mich hier gebannt hielt, sodass ich ein schnöder Pilz scheinen und Gefahr laufen musste, von den Händen meiner eigenen Tochter geschlachtet zu werden. Denn die Gute vertilgt schonungslos mit scharfem Spaten alle Pilze in Garten und Feld, wenn sie nicht gleich ihren edlen Charakter an den Tag legen wie die Champignons. Dank, meinen innigsten, heißesten Dank und, nicht wahr, mein verehrtester Herr Armandus von Nebelstern. Es bleibt alles beim Alten Rücksichts meiner Tochter. Zwar ist sie, dem Himmel sei es geklagt, um ihr hübsches Ansehen durch die Schelmerei des feindlichen Gnomen betrogen worden. Sie sind indes viel zu sehr Philosoph, um... Oh, Papa, mein bester Papa, jauchzte Fräulein Entchen. Schauen Sie nur dorthin, schauen Sie nur dorthin, der seidne Palast ist ja verschwunden. Er ist fort, der hässliche Unhold mitsamt seinem Gefolge von Salatprinzen und Kürbisministern und was weiß ich noch alles. Damit sprang Fräulein Entchen fort nach dem Gemüsegarten. Herr Dapsul von Zabeltau lief der Tochter nach, so schnell es gehen wollte, und Herr Armandus von Nebelstern folgte, indem er für sich in den Bart hineinbrummte. Ich weiß gar nicht, was ich von dem allen denken soll, aber so viel will ich fest behaupten, dass der kleine, garstige Moorrübenkerl ein unverschämter, prosaischer Schlingel ist, aber kein dichterischer König, denn sonst würde er bei meinem sublimsten Liede nicht Bauchgrimmen bekommen und sich in die Erde verkrochen haben. Fräulein Entchen fühlte, als sie in dem Gemüsegarten stand, wo keine Spur eines grünenden Helmchens zu finden, einen entsetzlichen Schmerz in dem Finger, der den verhängnisvollen Ring trug. Zu gleicher Zeit ließ sich ein herzensschneidender Klagelaut aus der Tiefe vernehmen, und es guckte die Spitze einer Moorrübe hervor. Schnell streifte Fräulein Entchen, von ihrer Ahnung richtig geleitet, den Ring, den sie sonst nicht vom Finger bringen können, mit Leichtigkeit ab, steckte ihn der Moorrübe an, diese verschwand, und der Klagelaut schwieg. Aber, oh Wunder, sogleich war auch Fräulein Entchen hübsch wie vorher, wohlproportioniert und so weiß, als man es von einem wirtlichen Landfräulein verlangen mag. Beide, Fräulein Entchen und Herr Dapsul von Zabeltau, jauchzten sehr, während Amandus von Nebelstern ganz verdutzt dastand, und immer noch nicht wußte, was er von allem denken sollte. Fräulein Entchen nahm der herbeigelaufenen Großmarkt den Spaten aus der Hand und schwang ihn mit dem jauchzenden Ausruf »Nun lass uns arbeiten« in den Lüften, aber so unglücklich, dass sie den Herrn Amandus von Nebelstern hart vor den Kopf, gerade da, wo das Sensorium Kommune sitzen soll, traf, so daß er wie tot niederfiel. Fräulein Entchen schleuderte das Mordinstrument weit weg, warf sich neben dem Geliebten nieder und brach aus in verzweifelnden Schmerzeslaut, während die Großmarkt eine ganze Gießkanne voll Wasser über ihn ausgoss, und Herr Dapsul von Zabeltau schnell den astronomischen Turm bestieg, um in aller Eil die Gestirne zu befragen, ob Herr Amandus von Nebelstern wirklich tot sei. Nicht lange dauerte es indessen, als Herr Amandus von Nebelstern die Augen wieder aufschlug, aufsprang, so durchnässt wie er war, Fräulein Entchen in seine Arme schloss, und mit allem Entzücken der Liebe rief »O mein bestes, teuerstes Entchen, nun haben wir uns ja wieder«. Die sehr merkwürdige, kaum glaubliche Wirkung dieses Vorfalls auf das Liebespaar zeigte sich sehr bald. Beider Sinne war auf seltsame Weise geändert. Fräulein Entchen hatte einen Abscheu gegen das Handhaben des Spatens bekommen, und herrschte wirklich wie eine echte Königin über das Gemüsereich, da sie dafür mit Liebe sorgte, daß ihre Vasallen gehörig gehegt und gepflegt wurden, ohne dabei selbst Hand anzulegen, welches sie treuen Mägden überließ. Dem Herrn Amandus von Nebelstern kam dagegen alles, was er gedichtet, sein ganzes poetisches Streben, höchst albern und aberwitzig vor, und vertiefte er sich in die Werke der großen, wahren Dichter, der Eltern und neuern Zeit, so erfüllte wohltuende Begeisterung, so sein Inneres ganz und gar, daß kein Platz übrig blieb für einen Gedanken an sein eigenes Ich. Er gelangte zu der Überzeugung, daß ein Gedicht etwas anderes sein müsse als der verwirrte Wortkram, den ein nüchternes Delirium zutage fördert, und wurde, nachdem er alle Dichtereien, mit denen er sonst sich selbst belächelnd und verehrend vornehm getan, ins Feuer geworfen, wieder ein besonnener, in Herz und Gemüt klarer Jüngling, wie er es vorher gewesen. Eines Morgens stieg Herr Dapsul von Zabeltau wirklich von seinem astronomischen Turm herab, um Fräulein Ennchen und Herrn Amandus von Nebelstern nach der Kirche zur Trauung zu geleiten. Sie führten nächstdem eine glückliche, vergnügliche Ehe. Ob aber später aus Herrn Dapsuls ehelicher Verbindung mit der Sulfide Nehahila noch wirklich etwas geworden, darüber schweigt die Chronik von Dapsulheim. Ende von Kapitel 6 Ende von Die Königsbraut von E.T.A. Hoffmann Gelesen von Hokus Pokus Die Königsbraut von E.T.A. Hoffmann